Ja, heute unter anderem in den Tagesthemen. Skandal, unbemerkt züchtet die Medizinindustrie. Gendefekte in uns hinein. Und dann das ganz große Thema jetzt, wo immer mehr Wahlsendungen erscheinen. Der Ruck und Ruf durch Deutschland fehlt noch. Ach, schon gehört. Gibt eine neue tolle Partei, die uns die Superreformen der Next Scientist zum Volksentscheid vorlegen will. Also, liebe Herren und Damen, Bakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen, falls Sie Ihre Wahlchancen noch retten wollen. Denn im Moment steht zu befürchten, dass keine Partei von den Neuparteien über 4,9 Prozent kommen wird. Beim jetzigen Stand der minderen Qualität der Wahlprogramme. Die einfach nicht mitreißend sind. Wenn Sie die Parteien retten möchten, liebe Frau Romberg, öffnen Sie sich endlich für die richtigen Experten. Für die und zwar nicht im Rahmen eines Volksentscheid-Wahlprogramms. Wie war die Aussage hier nochmal zur Erinnerung? Nicht niemals nur auf einen Experten oder auf die parteiinternen Experten alleine vertrauen, sondern die weltbesten Experten werden niemals Mitglied einer Partei werden. Und die muss man eben auch in ein Volksentscheids-Wahlprogramm reinziehen. Wie geht das hier? Zum Beispiel hier Stellungnahme. Dann bin ich sofort hier bei den vier Links. Diese vier Links habe ich für Sie schon geöffnet. Und hier sehen Sie dann als ersten Link. Ich glaube, kann ich fast so lassen. Sehen Sie, so könnte es dann als Volksentscheid vor Ihnen liegen. Die neue, eine Partei, die zu den guten Parteien der Zukunft gehören möchte, muss also Ihre Wahlprogramme in Zukunft als Volksentscheide schreiben, den sie Ihnen vorlegen will. Und das Beste, was Sie finden konnten, wird dann hier, zum Beispiel steht dann eventuell hier, und dann haben Sie aber Wahlalternativen. Sie werden nie vor die Situation gestellt, friss oder stirb, sondern Sie dürfen auch sich gegen die Aussicht der Partei vielleicht besten Reformkonzepte entscheiden und für andere Alternativen sich entscheiden. So, dann können wir das schon wieder zumachen. Und dann sehen wir hier, das ist quasi, wenn man den Live-Ticker anklickt, also von den vier Links den Live-Ticker anklickt, dann zieht man so ein bisschen runter und sieht dann hier Diskussion. Und wenn man das anklickt hier und dann runterzieht hier rechts mit der Maus, dann kommt man immer auf den neuesten Stand der Diskussionen. Und da steht im Moment als Letztes hier, kommen wir dann gleich zu diesem neuesten Stand der Diskussion, kommen wir dann gleich. Vorab noch aber der andere Link, wenn man auf, ja, wie heißt der Link nochmal, Wählerinnen-Kommentare zum Staatscoaching hier, ja, Wählerinnen-Kommentare, wenn man auf den klickt, sieht man also dann noch einige neue der, der Kommentare zu der von einem Mitglied von WIR 2020 gestarteten Petition bezüglich Gesundheitsreform. Sie gehen also auf Open-Petition, dann Themen Gesundheit und Neueste. Und dann ist es irgendeines wahrscheinlich die Nummer, möglicherweise Nummer zwei, drei, vier, fünf der neueren Petitionen ist es dann. Sozusagen, ja, der Arzt, ja, endlich wird mein Bartarzt belohnt, wenn er mich gesund hält, so ungefähr. Und dann sehen Sie hier lauter tolle Kommentare, wenn man das dann runterzieht. Diese Edeln, die erinnern ein bisschen an die Kommentare bei der simulierten Bundestagswahl der Wählerinnen. Also das ist eigentlich jetzt nochmal, diese Open-Petition ermöglicht immerhin auch mal, zumindest die positiven Kommentare so ähnlich zu sammeln wie in einer simulierten Bundestagswahl. Was allerdings Open-Petition nicht so gut ermöglicht, ist die negativen Kommentare derjenigen, die einen nicht wählen würden. Die sieht man zu wenig, denn die hatten, die hatten wir, ich durfte die mal lesen, denn da fallen sie auch vom Stuhl über diesen Shitstorm. Sie fallen vom Stuhl über die begeisterten Kommentare, der 56 Prozent, die die Next Scientists for Future gewählt haben. Und sie fallen vom Stuhl über den Shitstorm derer, die ihn nicht gewählt haben, sozusagen. Da sehen sie, wie sehr die Gesellschaft gespalten ist in kluge Menschen und weniger kluge Menschen und die sich auch nicht benehmen können und so weiter. Ja, also das fehlt halt. Das heißt, sie haben hier ein eindeutiges Übergewicht an positiven Kommentaren, ja. Und auch bei uns werden die ja nicht hier veröffentlicht, die negativen Kommentare. Aber wir erwähnen sie immer wieder. Und wir müssen uns bei Open-Petition halt auch denken, dass es natürlich auch negative Shitstorms geben würde dagegen. Aber die Qualität der Kommentare zeigt schon, es gibt noch ein paar kluge Menschen in Deutschland, ne. Und Sie sehen es, dann gibt es hier am Ende dieses, bevor es dann mit den älteren Kommentaren weitergeht, der Wählerinnen, ist hier noch einiges weiter zum Anklicken. Und da kommt man dann hier hin. Ja. Und da will ich nur einen tollen Kommentar vorlesen, der zeigt, da gibt es tatsächlich noch kluge Leute, ne. Was steht da? Ich habe also diese, wo ist der Satz? Ich habe die Petition unterzeichnet, weil oder da oder denn. Ich habe die Petition unterzeichnet, damit Ärzte ihre Patienten natürlich behandeln dürfen, natürlich, also auf natürliche Weise behandeln dürfen und nicht nur überleben können, wenn sie diese mit chemischen Medikamenten und Behandlungsmethoden der Pharmaindustrie zu lebenslangen Patienten machen müssen. Das ist ein kluger Satz. Ja, weil diese Frau hat erkannt, dass die Pharmaindustrie ja durch uns gezwungen wird, uns zu lebenslangen Patienten machen zu müssen. Wir tragen die Verantwortung für dieses teuflische System, in dem die Pharmaindustrie und die Medizin und Industrie gezwungen wird, uns in chronisch Kranke verwandeln zu müssen, damit sie überleben können. Wir müssen dieses falsche System ändern, indem wir positive Anreize so stark uns setzen, dass das aufhört. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding, bitte schneller drehen. Generell immer Sendungen schneller drehen. 1,5 bis zweifache Geschwindigkeit empfehlen wir. Ja, das heißt, da gibt es dann eben noch ein paar mehr und da werden jetzt, wenn es noch neue wichtige Kommentare gibt, kommen die noch dazu. Hier ein Kommentar, da war ja schon ein Kommentar von der FRAG-Partei. FRAG-Partei, wo haben wir sie? Hier, FRAG-Partei, Freie Argumente, Kulturpartei. Also wenn all diese anderen Parteien scheitern, hoffentlich wird es dann was, wird aus dem Orga-Team, der FRAG-Partei dann wirklich eine zu den Wahlen antretende, echte FRAG-Partei, die dann eben mit diesen Volksentscheiden arbeitet. Wenn die anderen versagen, dann hoffentlich FRAG-Partei. Und ein Mitglied, also des Orga-Teams der FRAG-Partei, eine prominente Persönlichkeit, die auch schon bei Maischberger war, schreibt, ist ungeheuer wichtig für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Weg von Geld schneidender Suchtförderung, oberflächlicher Symptomrepariererei und Verschwendung von Material und Lebensqualität und hin zu einer echt nachhaltigen Entwicklung, die dabei auch so viel an Geld beziehungsweise materiellen Mitteln sparen kann, dass so noch am ehesten all unsere drängenden gesellschaftlichen Probleme gelöst werden könnten, ja, eben weil sie finanziert werden können, damit die Lösungen. Ich gehe seit vielen Jahren unter anderem aus solchen aus angesprochenen Misstrauensgründen nicht mehr zu normalen Ärzten. Die Konzepte der Next Scientists for Future, die solche Programme enthalten, insbesondere auch freie Argumente, Kultur und liebevolle, ja, wir nennen sie ja urmatriarchale, pazifistische Bonobo-Schenker-Kommunen, sind als Ganzes hoch beachtenswert. Ich wirke in deren Forum Weltrettungen, ja, danke, aber wie mit, ja, also die Fraktpartei ist bei uns ein gern gesehener Gast in unserem Forum, ne, Weltratrettung. Ja, und so gibt es lauter gute Kommentare, ne, und so weiter. Sogar jemand aus dem Bereich echte Fridays for Future, echte Parents und Grandparents for Future hat einen Kommentar geschrieben und hat die Petition unterschrieben, ja, also insofern super, ja, also in der kleinen Gemeinde der Klugen tut sich ein bisschen was. Aber die Gemeinde der Klugen ist leider sehr klein, das muss man halt dazu sagen. Das ist ja unsere schlimmste Befürchtung, dass die Intelligenz, ja, hier, dass die, die Intelligenz der degenerierte Menschheit hier, ja, dass sie das einfach nicht mehr packt hier, dass die Degeneration schon zu weit fortgeschritten ist, der Gehirnschwund der Menschheit schon zu groß ist und dass da nichts mehr passiert, dass wir also dann uns nur noch zyklisch bewegen, also in, äh, quasi wieder ins, in ein Zeitalter der noch größeren Gewalt und der, der Kriege, unendlichen Kriege wieder zurückfallen und so weiter, weil Menschen mit kleineren Gehirnen und so weiter einfach, äh, dann wieder zu primitiveren Lösungsstrategien wie Gewalt zurückkehren werden. Also, ja, äh, ich sehe es so, vielleicht haben wir im Moment mit den Next Scientists for Future vom Weltrat die letzte Chance, überhaupt noch die Kurve zu kriegen, weil bei fortschreitender Degeneration der Menschheit, bei fortschreitendem Gehirnschwund der Menschheit, äh, wir wieder in einen Primitivitätskreislauf hineinlaufen und dann eben, ja, wie gesagt, wieder eben Degenerieren, Regression auf frühere Evolutionsstufen, äh, wieder, wieder geschieht und, äh, dann wird's, wird's noch übler, als es eh schon ist. Ich hab grad drüber nachgedacht, ob ich eben, äh, den Kindern, die ja auch bei den echten Fridays for Future, äh, dabei sind, ob ich denen, äh, unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse näher bringen soll, ne? Und dann hab ich sofort gedacht, nein, bloß nicht. Da wird man ja nur unglücklich mit. Äh, was nutzt es, klug zu sein in einer Welt der Dummen? Das bringt gar nichts, ja? Also, das bringt eigentlich nur Leid, ne? Also, das würde ich dann doch Kindern nicht antun, weswegen ich mich ja auch bis jetzt gegen Kinder entschieden habe. Kann man ja noch ändern, aber bis jetzt hab ich mich gegen Kinder entschieden, weil ich eh keine klugen Kinder in eine dumme Welt setzen möchte. Da leiden die nur. Das bringt nichts, ne? Äh, Klugheit leidet unter der Dummheit. Das ist einfach so. Ja. So, dann schauen wir mal weiter. Ja, ich war gerade hier drüben gewesen und wollte, bevor ich zu den wichtigen Kurznachrichten komme, äh, da wollte ich doch hier das lesen. Die Kommentare habe ich soweit erledigt. Sie wissen jetzt, wo Sie das finden. Und das war jetzt der Link vorhin. Das ging jetzt vorhin über diesen Live-Ticker und die Kommentare. Und da ist es ganz aufschlussreich, weil wir haben da bei der Open Petition gibt es einen typischen. Der ist entweder ein Lobbyist, der Pharma, also ein Pharma oder Mediziner-Lobbyist und führt also einen Krieg gegen jede gute Gesundheitsreform und will quasi die Lizenz zum Griff in den Geldbeutel der Wählerinnen für Ärzte beibehalten um jeden Preis. das, jetzt schildere ich mal wissenschaftlich, wie das genau ist. Denn wir wissen natürlich nicht, ob es wirklich ein bezahlter Lobbyist ist, der da entsandt wurde, Schluck Wasser, oder ob es oder ob es nur einfach selber ein Opfer ist, das einfach nur infiziert ist mit den typischen vorteilbringenden Irrtümern der Pharma- und Mediziner-Lobbyisten. Ja, das kann man ja nicht sagen, das weiß man nie. Ja, also das weiß man nie, ob jemand bewusst Böses tut oder sich dessen gar nicht bewusst ist, weil er selber nur Opfer der vorteilbringenden Irrtümer ist und diese selber glaubt. Ja, also ich lese mal vorher. All diese vorteilbringenden Irrtümer aus dem Bereich der Pharma- und Mediziner-Lobbyisten kann man kurz zusammenfassen. Die Summe aller vorteilbringenden Irrtümer führt zu einem Verhalten, als ob man diese Haltung hätte. Jetzt wird die Haltung beschrieben. Wir wollen ein neues Gesundheitssystem gar nicht verstehen, sondern nur mit allen Mitteln bekämpfen. Denn so, wie es jetzt läuft, verdienen wir prächtig, alles andere interessiert uns nicht. Also das wäre jetzt zum Beispiel, wenn das jemand bewusst denken würde, wäre das ein bezahlter Lobbyist. Der würde einfach sagen, ja ganz bewusst, ich kriege mein Geld dafür, dass ich eben ganz klar mache und dass ich ganz klar sage, okay, ich selber und wir, wir wollen ein neues Gesundheitssystem gar nicht verstehen, sondern nur mit allen Mitteln bekämpfen, denn so, wie es jetzt läuft, verdienen wir prächtig, alles andere interessiert uns nicht. Das wird also dann einer sein, der sich bewusst ist, dass er lügt und betrügt. Also da sind wir wieder bei diesen Bildern hier, ja, da sind wir wieder bei dem antikooperativen Anteil, bei das Antikooperative, das Manipulative, das Parasitäre, das Schmarotzerische auf Deutsch, ja, das sind kriminelle Lobbyisten-Lügen, ja, natürlich wird er das den Politikern nicht verraten, sondern wird diese Lügen verpacken in eine Form, dass die, dass die, die Opfer, die Politiker drauf reinfallen und den Lobbyisten folgen. Ja, aber die meisten, bei denen die andere Möglichkeit ist, dass derjenige, die vorteilbringenden Irrtümer, der Medizinsparten, einfach geschluckt hat und gar nicht gemerkt hat, dass er in sich hinein parasitäre, Meme, Killer-Viren des Geistes introjiziert hat, also in sich hineingenommen hat, ja, so, ach so, nee, ich war hier, gell, also, das ist aber eigentlich egal, weil das Verhalten ist identisch, egal, ob bewusste Lüge oder aus Versehen vorteilbringende Irrtum, der wiedergegeben wird. Das ist, das interessiert, ist eigentlich völlig egal, weil das Verhalten ist immer das Gleiche, das Handeln ist immer identisch, egal, ob bewusste Lüge oder vorteilbringender Irrtum, auf den man selber hineingefallen ist. So, deswegen lese ich mal vor, wobei im Bewusstsein die vorteilbringenden Irrtümer als Rationalisierungen im freudschen Sinne, es gibt ja von Freud nur ganz weniges, was man benutzen kann und sie merken, ich als ehemaliger Psychoanalytiker, Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychoanalyse benutze von meiner freudianischen Teilausbildung eben das Wort Rationalisierungen durchaus noch, ja, aber Vorsicht, der Rest, Freud ist 90% Märchenwelten, hat nichts mit Realität zu tun, das ist ein Geldmachmodell, ist also, die Psychoanalyse von Freud ist natürlich im Wesentlichen nur ein vorteilbringender Irrtum der Medizinsparten, mit dem man Geld machen kann, ja, weswegen ich ja auch nicht mehr in diesem Beruf arbeite. Wobei im Bewusstsein die vorteilbringenden Irrtümer als Rationalisierungen wirken, man denkt also, man wäre zu Recht gegen die Gesundheitsreform. Bei alledem spielt es keine Rolle, ob es wirklich ein Medispartler ist oder gar ein echt bezahlter Lobbyist müsste es heißen oder nur ein durch die vorteilbringenden Irrtümer ist parasitären Meme, ist Killerviren des Geistes infiziertes Opfer der Medisparten, das, obwohl selber Opfer, dennoch andere zu Opfern macht, als ob es selber ein Medispartler Lobbyist wäre. Also noch einmal dieser Satz. Bei alledem spielt es keine Rolle, ob es wirklich ein Medispartler ist oder gar ein echter bezahlter Lobbyist oder nur ein durch die vorteilbringenden Irrtümer des Geistes infiziertes Opfer der Medisparten, das obwohl selber Opfer dennoch andere zu Opfern macht, als ob es selber ein Medispartler oder Lobbyist wäre. Das bitte, diesen Satz wiederholen Sie bitte noch 20 Mal. Dann fangen Sie an, etwas von der einzigen echten Psychologie, die noch übrig geblieben ist, zu verstehen, von der Psychobiologie, der echten Evolutionspsychologie und so weiter. Denn das Ganze resultiert also in dem Satz Schlechtes tun bei gleichzeitiger Unschuldigkeit. Also wenn wir an unsere letzte Talkshow uns zurück erinnern, da wurde die Frage aufgeworfen und vielleicht kam es da nicht so richtig an. Also nochmal einen schönen Gruß an den Herren von der FRAG-Partei. Schlechtes Tun bei gleichzeitiger Unschuldigkeit, das ist das Hauptergebnis der modernen Psychobiologie, die richtig nur Weltrat und NextScientist for Future .de beherrschen. Schlechtes Tun bei gleichzeitiger Unschuldigkeit. Sozusagen Sie, liebe Zuhörerinnen, was tun Sie Schlechtes und sind sich dabei gar nicht bewusst, dass Sie Schlechtes tun. Sind also unschuldig zugleich und ein Täter von schlechtem Handeln zugleich. Und das ist das Dilemma der Welt. Das entsteht aber zwangsläufig in einer Evolution nach der Erfindung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung, in der sozusagen Irrtümer sich paradoxerweise im Gegensatz zur vorherigen Evolution, wo nur Wahrheiten zu evolutionären Großerfolgen führten, führen jetzt plötzlich Irrtümer zu evolutionären Erfolgen, weil man damit ja die anderen Menschen parasitieren kann, also sie ausschmarotzen kann und aussaugen kann, ja, und deswegen breiten sich dann überall massenhaft vorteilbringende Irrtümer aus und durchseuchen alle Gehirne in der Welt. Ja, nur deswegen kam es dann zwangsläufig zu einer Welt, in der schlechtes Tun bei gleichzeitiger Unschuldigkeit vorherrscht. Halten Sie bitte diese Sendung an und lesen Sie das hier noch zwanzig Mal, dann haben Sie zum ersten Mal ein bisschen echte Psychologie gelesen, ja, und vergessen Sie den ganzen Murks, den Sie sonst überall kriegen, ja, ja, und dann können Sie, wenn Sie wollen, hier noch lesen, ich gehe es mal im Schnelldurchgang, hier ziehe ich es mal runter, dann können Sie es vielleicht auf dem Bildschirm lesen, da können Sie dann sehen, was der so alles bringt, was der so alles für Vorteilbringende Irrtümer der Medizinsparten so reinwirft, um der Sache einer Wähler innen gerechten Gesundheitsreform Knüppel zwischen die Beine zu werfen, ne, ach so, jetzt hätte ich es beinahe übersehen, ja, da ist ja noch was, was wichtig ist, da ist ja noch was Wichtiges, ja, hier ist noch was Wichtiges, aber hier können Sie generell alles lesen, aber das müssen wir hier noch vorlesen, weil das ist mal, dieser Lobbyist hat uns so geärgert, dass wir immerhin mal eine Beispielrechnung gemacht haben, das ist zwar eine Mehrarbeit, die wir nicht gebraucht hätten, aber die hilft vielleicht auch Ihnen, das Ganze noch mal tiefer zu verstehen und zu verstehen, warum all diese Einwände von solchen, ja, die ganzen vorteilbringenden Irrtümer, die solche Lobbyisten, Lobbyisten widerwillen oder also unfreiwillige, entweder ist er ein unfreiwilliger Lobbyist für die Medizinspartler oder er ist ein freiwilliger, bewusster Lobbyist für die Medizinspartler Schluck Wasser Also wenn ich ihn als Lobbyisten der Medizinspartler benenne, ist damit nicht unterstellt, dass er sich dessen bewusst ist, dass er als Lobbyist handelt, spielt aber eigentlich keine Rolle, ja, das darf man dann als nicht als Schuldvorwurf verstehen, sondern es kann ja auch sein, dass er ein unschuldiger Lobbyist ist, dass er durch Manipulation anderer zum unfreiwilligen Lobbyisten wurde, gemacht wurde, ja, das, von daher, also wenn ich sage, das ist ein Lobbyist, der Medizinspartler, der deren Geld, Geldschwemme erhalten soll, 365 Milliarden, jeden Tag eine Milliarde für die Medizinspartler, ja, das, das will der verhindern, dass daran sich was ändert, ne, an diesem Schlaraffenland für Medizinspartler, ja, auf ihre Kosten, liebe Wählerinnen. So, jetzt, wir haben dann mal schnell eine Rechnung gemacht, Rechnung, Hausarzt, Ersatzpraxen, ja, das ist ja der erste Großangriff, die Krankenkassen zahlen zukünftig auch alle Wunderheiler, alle Hokuspokus-Leute, aber natürlich nur so lange, bis die dann von den Versicherten gemieden werden, dann wird auch nichts mehr bezahlt, ist ja klar, dann gehen die pleite, aber wir mussten doch die Wunderheiler endlich einer staatlichen Leistungsprüfung zuführen und das geht eben nur so, ja, am besten so jedenfalls, damit sie wissen, aha, dieser Wunderheiler ist richtig gut und da gehe ich hin, den wähle ich mir als Hausarzt Ersatzpraxis oder, ne, dieser Wunderheiler hat sich erwiesen als absoluter Scharlatan und da gehe ich nicht hin, da gehe ich weg von, ja, also das ist, das ermöglichen wir Ihnen damit, liebe Wählerinnen, wir geben Ihnen die Wahlfreiheit und wir geben Ihnen die Transparenz zu wissen, hat er anderen Menschen geschadet oder hat er anderen Menschen genutzt, ne, und so können Sie in Zukunft sich für gute Wunderheiler entscheiden und gegen schlechte Wunderheiler, für gute Schulmediziner entscheiden und gegen schlechte Schulmediziner entscheiden, also nochmal, ich lese vor, Rechnung, Hausarzt, Ersatzpraxen, zentriertes System mit öffentlichen Ranglisten, transparenten Ranglisten, anhand von Wohlfühlstimmen, Gesundheits- und Langlebigkeitsdaten, tausend Versicherte wählen, Hausarzt, Ersatzpraxis, durchschnittlicher Monatsbeitrag, Krankenkassenbeitrag, 300 Euro pro Person, gibt 300.000 Monats, Gesamtetat, Krankenkasse, drastische Personalkosteneinsparung, da Praxen alle Bewilligungsfragen übernehmen, was weiß ich, Kuren, Heilmittel und so weiter, all das Personal kann entlassen werden und verstärkt dann die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft, macht nicht mehr sinnlose Arbeit, gut für uns, das bringt auch wieder Geld in Ihren Geldbeutel, denn je mehr Leute in der Wirtschaft mitarbeiten, desto mehr Geld haben sie am Ende in Ihrem Geldbeutel, weil allgemein dann auch die Lohnkosten hochgehen und der Preis der Arbeit steigt, je erfolgreicher die deutschen Unternehmen werden und dann kriegen sie alle mehr Geld in den Geldbeutel. Zum Beispiel, jetzt könnte es ja sein, es sind alles nur ganz grobe Schätzwerte, 50.000 brauchen davon von den 300.000 die Krankenkassen für ihren Etat, die neuen Haushaltsentsatzpraxen kosten gar nichts, denn jeder Versicherter hat ja immer nur 300 Euro pro Monat quasi durchschnittlich, je nach seiner Erwartungskurve, seiner Gesundheitskosten Erwartungskurve, ja, und diese 300 Euro, die verteilt, ungefähr 300 Euro, ja, jemand, der eine hohe Gesundheitskosten Erwartungskurve hat, die der Staat, der Bundeswahlleiter in Kooperation mit den Krankenversicherungen, da gibt es dann sowas wie so eine, wie man das beim Arzt kennt, Schluck Wasser, man unterschreibt so eine, so eine Schweigepflichtbefreiung sozusagen, sagen und dann, ja, und auch die Eltern und die Großeltern unterschreiben das und dann, wenn man das will, ich will das auf jeden Fall und dann ist es so, dass dann geguckt wird, aha, da wird dann festgestellt, stammt man aus einer kränklichen Familie oder aus einer gesunden Familie und dann kriegt man eben eine, wird für einen errechnet eine sehr hohe Gesundheitskosten Erwartungskurve und dann werden von der Krankenversicherung natürlich für diese Person eher ein höherer Betrag zur Verfügung gestellt und für andere Personen einen Betrag, die aus gesunden Familien stammen, wegen ihrer niedrigen Gesundheitskosten Erwartungskurve ein viel kleinerer Betrag zur Verfügung gestellt, also durchschnittlich 300 Euro und wenn dann zum Beispiel einer eine hohe Erwartungskurve hat und für ihn 500 Euro oder 600 Euro zur Verfügung gestellt wird, und da er ja maximal zwei Praxen sozusagen auf seiner Karte registrieren lassen kann als seine Hausarzt Ersatz oder Hausarzt Praxen maximal zwei allerhöchstens dann teilt sich das ja auf und dann kriegt jede Praxis 300 Euro zugerechnet in ihr Krankenkassen internes Konto wobei das natürlich noch viel komplizierter ist, weil das natürlich nicht nur eine Krankenkasse ist mit einem Konto sondern es sind eigentlich es gemeint es sind viele kleine Konten bei vielen verschiedenen Krankenkassen weil ja im Prinzip jeder Hausarzt dann bei jeder Krankenkasse möglicherweise ja wenn er tausend Versicherte sich ihn gewählt haben dann sind da vielleicht aus allen Kassen oder aus ganz vielen Kassen und in jeder Kasse kriegt er so ein kleines Unterkonto das ist sein Unterkonto das aber natürlich die Krankenkasse für ihn verwaltet und ihm auch nur davon ausschüttet immer in der Höhe dessen was wie gut er gewirtschaftet hat mit diesem Etat ja und was passieren kann es kann halt nur sein jetzt dass viele Versicherte abwandern von den Hausarzt Abwandern von den Hausarztpraxen zu den Hausarztersatzpraxen weil wir ja jetzt öffnen für alle ja und dann werden sich die Ärzte halt umgucken da werden sie sehen wie unbeliebt sie sich gemacht haben also zu den Heilpraktikern zu Psychologen zu Wunderheilern und so weiter eben weil sich die Ärzte selber mit aller Macht alles dafür getan haben sich einen so schlechten Ruf selber erarbeitet haben geschieht ihnen recht das ist halt ihr Pech dass sie in einem System ausgebildet wurden wo eigentlich die Schädigung der Patienten Lehrinhalt war sozusagen nicht bewusster Lehrinhalt sie haben halt lauter vorteilbringende Irrtümer gelernt wie man ohne es zu merken Menschen schädigt und aus ihnen Dauerpatienten und Dauerkunden macht einträgliche Dauerpatienten konstruiert und das ohne Schuld ohne Bewusstsein das ist ja das tolle bei vorteilbringenden Irrtümern man merkt ja gar nicht dass man Schaden anrichtet dass man ein Parasit ist dass man ein Sozialschmarotzer ist mit seinem Handeln mit dem faktischen Handeln womit wir wieder bei der Psychobiologie wären und wie gesagt diese Psychobiologie kann nur Weltrat Next Scientists for Future Punkte ja und dann der Einfachheit halber bleiben wir bei der Vorstellung als also wir die Summe des Gesamtetats der Praxis ja Krankenkassen interner Etat Gesamtetat über alle Krankenkassen hinweg für die Praxis ungefähr 250.000 je nachdem ja jetzt steht es ja hier bei überproportional vielen Versicherten mit hoher Kostenerwartungskurve mehr bei 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 wenigen weniger das habe ich ja schon beschrieben das ist im Prinzip exakt das gleiche Geld wie früher im Gesundheitswesen im Gesundheitssystem nur das jetzt und jetzt ist der gewaltige Unterschied das macht den riesigen Unterschied aus dass jetzt jeder Cent über die Krankenkassen internen Praxiskonten läuft und die Praxisleiter alles tun das Geld im Konto belassen zu können also nicht mit beiden Händen zu vergeuden sondern so das Geld soll mal schön in in meinen Konten bleiben weil ich dann mehr Honorar am Ende für mich ausgeschüttet bekomme und dafür muss ich jetzt gucken dass ich immer bessere preiswertere Gruppengesundheitsförderung meinen Versicherten und die dann zugleich noch hoch attraktiv ist als Freizeitangebot und Wochenendangebot meinen Kunden anbiete ja eben da das Honorar der Praxisleiter parallel zum Geld im Konto ausfallen wird man wird das justieren die Krankenkassen werden das justieren das wird immer so justiert werden dass das passt mit dem Honorar sodass also die besten Ärzte ungefähr auch wieder so viel verdienen wie früher die besten Ärzte verdient haben nur dass die schlechten Ärzte jetzt dann ganz deutlich ganz viel weniger verdienen werden oder wollen sie etwa dass Ärzte die sie schlecht behandeln viel verdienen ich nicht ich finde das ist auch gerecht so ist der Praxisleiter zu knauserig und sitzt zu sehr auf seinem Geld und versichert es sterben deswegen weil sie zum Beispiel einen Klinikaufenthalt nicht bekommen und dann als psychiatrischer Fall einen Selbstmord begehen weil sie weil der Praxisleiter den Kliniksaufenthalt einsparen wollte dann verliert er viel mehr Geld also viel größere Abzüge ist gleich viel größere Abzüge als wenn die notwendigen Behandlungen bezahlt worden wären also das heißt die Kosten die dieser Kliniksaufenthalt für die Zeit der Suizidgefahr gekostet hätte dieses Geld ist viel weniger das als was er langfristig bluten muss wenn er jetzt jemanden hat der quasi mit der Wohlfühlstimme 7 noch 100 Jahre weiter läuft weil er sich mit 27 also im Club der 27er umgebracht hat wie Kurt Cobain ja da läuft jetzt dann noch 100 Jahre für ihn also das heißt noch länger als er selbst leben wird wird seine Praxis oder die Nachfolgepraxis dann oder derjenige der die Praxis dann übernimmt wird das immer noch wird 100 Jahre wird diese Praxis bluten dafür dass sie diesen Fehler gemacht hat und das ist doch gut so und dadurch werden die Ärzte diese Fehlern gar nicht erst machen die werden nicht knausrig sein sondern sie werden ja deswegen ich lese mal vor deshalb wird das Nötige immer getan aber nicht mehr das Überflüssige liebe Wählerinnen merken sie wie das Geld in ihrem Geldbeutel klingelt wie ihre Kasse klingelt denn all wenn all das Überflüssige nicht mehr gemacht wird müssen sie die es ja nicht mehr bezahlen deswegen weiter ständig werden nämlich die Krankenkassenbeiträge gesenkt ist ständig mehr Geld für alle versicherten Arbeitenden im Geldbeutel natürlich gibt es Geld nur für arbeitende Menschen ja und wir wollen ja eine Gesellschaft der Null Arbeitslosigkeit sozial ist was Arbeit schafft und nicht es unsozial ist was was Arbeitslosigkeit erzeugt und Arbeitslose verwöhnt Arbeitslose verwöhnen ist keine soziale Politik Arbeitslose wieder in Arbeit bringen das ist soziale Politik ja denn Arbeitslose verwöhnen bedeutet trotzdem den Arbeitslosen die Arbeitslosigkeits Depression zuzumuten und sie krank zu machen ja das ist unsoziale Politik das ist keine linke Politik das ist pseudo linke und pseudo soziale Politik nein soziale und linke Politik ist alleine alle Menschen in Arbeit zu bringen auch wenn die Pseudokommunisten alles verkehrt gemacht haben ja und wir Pseudokommunismus hassen und nur den echten Kommunismus lieben ja aber die Pseudokommunisten hatten in einem Recht am besten geht es den Menschen wenn jeder in der Mitte der Gesellschaft mitarbeitet jeder so viel wie er kann so wenig wie er kann oder so viel wie er kann will will Praxis weiter das gleiche verdienen muss sie ihre Krankheits Verhinderungs und Gesundheits Förderungs Wirkung drastisch erhöhen ständig erhöhen neues entsprechendes Personal stundenweise einstellen Arzthelferinnen teilweise entlassen weil wozu brauche ich eine Arzthelferin ich brauche qualifiziertes Gesundheitsförderung Personal und die Arzthelferin können dann in die Wirtschaft gehen erhöhen dort wieder das Wirtschaftswunder und wieder haben sie mehr Geld im Geldbeutel liebe Mitarbeiter liebe Wählerinnen Ja circa 250 Etat je nach den Gesundheitskosten Erwartungskurven derjenigen Leute die sich zufällig einen Hausarzt gewählt haben schwankt der Etat um mehrere hunderttausend Euro ja circa 250.000 Etat für alles ständig sinkend denn auch das muss ständig nachjustiert werden denn wir wollen ja immer gucken dass die Ärzte jetzt nicht plötzlich anfangen das Zehnfache von früher zu verdienen sondern wir wollen ja immer gucken dass immer die besten Ärzte immer gehalten werden auf dem Level dessen was frühere gute Ärzte so ziemlich gute Ärzte früher so verdient haben und es soll weder darüber sein noch darunter absinken und das muss immer fein justiert werden angepasst werden so wie ja auch was weiß ich die krankenkassen beiträge immer angepasst werden und dann bei den krankenkassen sinkt halt ständig der prozentsatz des einkommens der als abgaben an die krankenkassen geht der sinkt halt von monat zu monat von jahr zu jahr ständig weiter runter ja und denn und 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 eben die unfähigen ärzte die sich die jetzt aufgedeckt werden als unfähig und von denen die versicherten abwandern die verdienen halt immer weniger bis sie endlich dann ihre praxis schließen denn ich möchte nicht dass leute weiterhin ihre praxis betreiben die in diesem bereich unfähig sind die eigentlich gar nichts im ärzteberuf oder im gesundheitswesen zu tun haben sondern viel besser mit ihrer intelligenz die ja unzweifelhaft dennoch vorhanden ist in der wirtschaft mithelfen und endlich mal was konstruktives tun und nicht einfach und einfach nicht weiter dafür bezahlt werden menschen krank zu machen oder schaden zu zu fügen auch wenn sie sich dessen nie bewusst waren dass sie alle unschuldig sind das unterstellen wir denn wir können ja niemanden unterstellen dass jemand absichtlich leute krank gemacht hat denn wir können ja nicht in sein gehirn hinein sehen ja und er wird sich wohl nicht verraten die wenigen verbrecher werden sich nicht verraten die Masse wird sowieso unschuldig sein ja aber wir müssen doch obwohl sie alle unschuldig sind müssen wir doch über das schlechte handeln aller reden auch wenn alle unschuldig sind ja und ich glaube das hatte man in der letzten talkshow nicht so richtig verstanden dass das die Sache ist also äh ständig sinkend wegen allmählicher Beitragssenkung denn ja also wir 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 senken ja ständig die die Honorare für die schlechten Ärzte und die das Geld führt dann zur Beitragssenkung und das bedeutet für die Wählerinnen für sie liebe Wählerinnen ständig mehr Geld im Geldbeutel so davon die guten Ärzte können sich von dem guten Etat den sie bekommen die Etats für die guten Ärzte können ja nach und nach immer größer werden weil ja die schlechten Ärzte immer mehr zumachen und dadurch keine Etats mehr brauchen und davon von den ständig wachsenden Etats für 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 die guten Ärzte und guten Hausarzt Ersatz Praxen für die guten Praxen nennen wir sie nicht Ärzte nennen wir sie Praxen weil das dann bedeutet das kann auch Wunderheiler Praxen sein es können aber auch schulmedizinische Praxen sein also die können mit den ständig steigenden Etats können dann die guten Praxen immer mehr Geld für Neupersonal im Bereich Gesundheitsförderung ausgeben sie haben natürlich auch nach wie vor immer einen guten Etat für Medikamente für Versicherte nur werden natürlich gute Ärzte immer weniger Medikamente brauchen um Gesundheit zu erzeugen zu produzieren nur bei wirklichem Bedarf sucht die Praxis sich jeweils zum Beispiel Fachärzte Zahnärzte werden also nicht mehr wie bisher behandelt so als als wären sie ein zweiter Hausarzt sondern das sind Fachärzte die nur bei Bedarf hinzugezogen werden also zukünftig wird ihr Hausarzt ihnen auch in den Mund schauen und gucken und wird so eine kleine Weiterbildung machen dass er so auf die Schnelle oder er wird im Team sich einen Zahnarzt leisten der also einfach mal immer drüber guckt dass da nichts durchrutscht sozusagen im Zahnbereich deswegen also nur als Erinnerung als Beispiel ich mache ja vieles richtig ich habe zum Beispiel keinerlei behandelten Zahn im Mund also weder Plomben Kronen Wurzelbehandlungen Brücken Brücken oder irgend sowas im Munde denn all dieser Chemiedreck würde ja meinen Körper vergiften und die Wurzelbehandlung da würde es munter vor sich hin eitern und faulen weswegen ja viele Menschen solche wahnsinnigen Mundgestank haben das ist ja schon kein Mundgeruch mehr das ist ja Mundpest ja weil bei ihnen längst der ganze Kiefer mit den wurzelbehandelten Zähnen vor sich hin eitert und so weiter bei mir ist alles kerngesund und sauber im Mund da ist kein einziges Chemikalie kein einziges Gift wie ist es bei ihnen fragen sie sich das mal krankheitsfaktor Mundraum also Mund und Rachenraum als krankheitsfaktor ja also nur bei wirklichem Bedarf sucht die Praxis immer gezielt Partner im Fachärzte Bereich und Zahnärzte Bereich innerhalb und außerhalb von Kliniken und dann werden Deals geschlossen und zwar wird kriegt im Gegensatz zu früher der Zahnarzt oder der Facharzt nicht eine Bezahlung für die Behandlung die wir wissen doch noch gar nicht ob die Behandlung überhaupt was getaugt hat das wissen wir doch gar nicht deswegen gibt es nur noch Deals die Ratenzahlungen sind für jeden Monat Gesundheit nach Facharztbehandlung also nach Zahnbehandlung für jeden völlig beschwerdefreien weiteren Monat nach der Facharztbehandlung nach einer Operation in einer Klinik und so weiter Läuft Läuft der Dauerauftrag von den Haus von den Praxiskonten ein Dauerauftrag von x Euro also vereinbarte Summe das wird im Vertrag eingetragen von x Euro an die jeweilige Klinik die wieder Teile davon an den Arzt auszahlt als dessen Gehalt oder was auch immer oder Honorar am besten auch leistungsbezogen in Prozentsätzen denn die Klinik muss ja auch finanziert werden oder an die Fachpraxis und so läuft dieses Geld dann aus dem Konto heraus als Dauerauftrag wenn Gesundheit endet das sehen wir ja daran ist gleich wenn Neukosten entstehen dann werden diese Neukosten für Medikamente oder andere Fachärzte die ja quasi nachbessern müssen wird natürlich der Dauerauftrag gekürzt entsprechend den Neukosten also werden Fachärzte in Zukunft nur noch das tun von dem sie absolut sicher sind dass es dauerhafte Gesundheit bringt sonst sinkt ja der Dauerauftrag und ihre Behandlung bleibt großteils wegen Nutzlosigkeit ohne Honorar wird also letztendlich ja gar nicht bezahlt weil Nutzloses wird in Zukunft nicht mehr bezahlt und das finde ich auch gut so während im jetzigen System wurde ja alles egal ob es schädlich war nutzlos war oder gar zerstörerisch war alles wurde fürstlich honoriert und zwar ohne zu gucken was es für Folgen hat das war das jetzige System ist ja ein riesen Skandal an sich langfristig schließen nach und nach alle schlechten Praxen wegen Abwanderung der Versicherten zu den besten Großpraxen das muss ich nochmal lesen Schluckwasser lesen sie es nochmal in Ruhe hier langfristig schließen nach und nach alle schlechten Praxen wegen Abwanderung der Versicherten zu den besten Großpraxen ja haben sie keine Angst vor Größe dieser Gedanke kleine landwirtschaftliche Betriebe sind gut große landwirtschaftliche Betriebe sind schlecht das stimmt nicht es kommt doch auf die Anreize drauf an groß große Betriebe können auch sogar besser und effizienter sein für sie als Kunden außerdem ist es doch schön wenn sie Teil einer riesigen Gesundheitsgemeinde ihrer Praxen ihrer ein bis zwei Praxen sind und dort ganz viele neue Freunde finden tolle Leute kennenlernen können und so weiter ist es doch besser wenn dies größere Praxen werden ich wünsche mir ich möchte mir eine ich möchte dann sozusagen Kunde bei einer Großpraxis sein mit vielen netten Leuten natürlich möglichst in der Nähe und dennoch möglichst groß und möglichst viele Leute und möglichst in der Rangliste möglichst weit oben ja so würde ich suchen Nähe und Qualität und so weiter ja und unfähige Praxen schlechte Ärzte wechseln in die Wirtschaft gut so bringen dort ihre Intelligenz ein erzeugen dort Wirtschaftswunder wieder mehr Geld in ihrem Geldbeutel liebe Wählerinnen und wenn Ärzte unbedingt wieder andere Menschen weiterhin umbringen wollen mit ihrer Unfähigkeit dann müssen sie halt ins Ausland abwandern aber dann ist nicht schade darum denn es handelt sich dann um hartnäckige Leute die nicht einsehen wollen dass sie es einfach nicht können dass sie einfach in diesem Beruf nichts können also dass sie besser in die Wirtschaft gehen sollten und dann mal was Nützliches tun sollten anstatt wie früher Schaden anzurichten im Gesundheitswesen und wie gesagt alle sind unschuldig es gilt die Unschuldsvermutung für jeden Arzt aber wir müssen doch trotzdem die Wahrheit aussprechen dass das Tun der Ärzte schlecht war weil das System schlecht war und sie dazu gezwungen hat das Schlechte tun zu müssen wie ich es vorhin vorgelesen habe Schluckwasser bitte drehen Sie noch ein bisschen schneller denn ich muss langsamer reden sonst halte ich die heutige Sendung nicht durch denn da kommt noch ganz viel heute alles wird so austariert dass für die Praxisleitung nach Abzug aller Kosten aus dem Etat ein Praxisleiterhonorar entweder übrig bleibt oder durch Verdienstzuschüsse erzeugt wird das früheren erfolgreichen Praxen annähernd entspricht das kann ja auch mal sein dass also diese Gesundheitskosten Erwartungskurven vor Voranhebung des Etats nicht ausreichend waren dass man da noch mal nachschieben muss das macht man dann über Verdienstzuschüsse die zur Not auch staatlich kommen sodass also jemand wo die Daten eindeutig dafür sprechen dass es eine gute Praxis ist dass da auch der Praxisleiter dann immer genug Honorarausschüttung bekommt egal woher das Geld kommt egal ob es letztendlich von staatlichen Verdienstzuschüssen kommt gute Arbeit muss immer gewürdigt werden Die schlechteren Praxen mit den unfähigeren Praxisleitern erhalten natürlich entsprechend der tatsächlichen Leistung entsprechend weniger bis sie aufhören etwas zu tun was sie nicht können und in die Wirtschaft wechseln also die noch mal kurz die schlechteren Praxen mit den unfähigeren Praxisleitern erhalten natürlich entsprechend der tatsächlichen Leistung entsprechend weniger bis sie endlich aufhören etwas zu tun was sie nicht können und in die Wirtschaft wechseln Am Ende haben wir für einen Bruchteil des Geldes eine x-fach gesündere in der Wirtschaft arbeitende fittere Bevölkerung und der Moloch Gesundheitswesen ist gesund geschrumpft und Deutschland erlebt ein beispielloses Gesundheits-, Lebensqualitäts-, Langlebigkeits- und Wirtschaftswunder mit topfetten aus Spaß wieder Arbeit aufnehmenden quietschfidelen Seniorinnen denn auch die Pflegeheime werden umgewandelt müssen sich umwandeln in Hausarzt- Ersatzpraxen der Pflegeheimleiter wird quasi verstanden wie ein Wunderheiler der ein entsprechendes Team aus Wunderheilern beschäftigt und deren Leistung wird gemessen genau wie alle anderen Hausarzt- Ersatzpraxen auch Schluckwasser Deswegen heißt es ja auch Kombireform Ernährung Gesundheit und Pflege Schluckwasser Bitte schneller drehen ich muss langsam mal reden das ist so anstrengend also das muss ich noch mal vorlesen Am Ende haben wir für einen Bruchteil des Geldes eine x-fach gesündere in der Wirtschaft arbeitende fittere Bevölkerung und der Moloch Gesundheitswesen ist gesund geschrumpft und Deutschland erlebt ein beispielloses Gesundheits- Lebensqualitäts Langlebigkeits und Wirtschaftswunder mit topfitten aus Spaß wieder Arbeit aufnehmenden quietschfidelen Seniorinnen ja also für die Konzerne für die Unternehmen ist es ja nicht nur so dass deren Krankenstand sich total reduziert dass die Leute alle sich wieder gesund zurückmelden zur Arbeit sondern auch dass die soweit die Unternehmen beteiligt sind an den Krankenkassenkosten sinken die ja auch ständig also wir werden ein gewaltiges Wirtschaftswunder kriegen und die Unternehmen werden in Wettbewerb sich streiten um die besten Arbeitskräfte und werden den früheren Arzthelferinnen und früheren Ärzten oder den immer noch Ärzten aber nicht mehr als Ärzte arbeitenden Denkern sozusagen hohe Gehälter anbieten können weil sie die besten Leute bei sich in ihren Innovationsabteilungen haben wollen und so weiter ja und ja es ist eben Leute mit Anatomiekenntnissen und Physiologiekenntnissen sind in vielen Innovationsabteilungen der Wirtschaft sicherlich hoch willkommen und können wichtige wichtige was weiß ich bessere Sitze für Autos oder was auch immer ja also gibt es viele Einsatzmöglichkeiten ja und insofern gehe ich liebe Mitlesende also noch einmal wenn ich jetzt das Wort Lügen vorlese hier von diesem Text ist wieder nicht gemeint dass es sich um bewusste Lügen handelt es kann ja auch sein dass es sich um nichtbewusstes Lügen also einfach um Weitergabe von Irrtümern handelt ja also wobei ich bei dieser Person wirklich davon ausgehe dass der wirklich bewusst lügt aber das ist jetzt eine Unterstellung das kann ich nicht beweisen also gehen wir von der Unschuldsvermutung aus diese Person ist unschuldig ja und sie lügt nur aus Versehen weil sie ihre Vorteil bringenden Irrtümer der Mediziner Lobbyisten glaubt selber ne also liebe Mitlesende wie versprochen Gehe ich auf die Lügen dieses Pharmamediziner Lobbyisten nicht mehr ein glauben sie ihm einfach keine seiner Lügen die Next Scientists haben für alles die richtigen Lösungen fertig egal was wir jetzt erklären danach käme einfach nur die letzte Lüge so sind Lobbyisten halt sie machen ihren Job jede Verbesserung für die WählerInnen verhindern das ist sozusagen ein Standardsatz jetzt so ein Satz sollte man immer solchen Leuten reinsetzen weil es hat keinen Sinn das sind reine Zerstörer da geht es nur um das Zerstören weil entweder glauben sie die also es sind sozusagen bewusste oder nicht bewusste Lobbyisten egal ob sie bewusste oder nicht bewusste sind sie handeln zerstörerisch es geht nur um darum wie verhindere ich jede konstruktive Gesundheitsreform wie erhalte ich für die Pharma und Medi und Impfindustrie wie erhalte ich die Milliarden für diese Industrien ja um mehr geht es nicht ja und bitte lesen sie einfach hier weiter ja also sozusagen lesen sie einfach alles weiter alles lehrreich im Gegensatz zu allem anderen was es in der Welt gibt das nicht lehrreich ist ja dann mache ich aber hier mal jetzt ja könnte ich im Prinzip zumachen ich gehe wieder zurück zu hier und wir sind bei den Kurznachrichten das waren die ganz großen Tagesthemen also was fehlt jetzt der Ruck und Ruf durch Deutschland fehlt schon gehört auch bei openpetition.de ja es gibt offensichtlich da da ist ein Parteimitglied eine mittlerweile nicht mehr genannten Partei weil das man natürlich nicht machen darf wenn man einfaches Parteimitglied ist darf man natürlich leider nicht für eine Partei auftreten sondern man ist halt Mitglied einer Partei und empfiehlt seiner eigenen Partei über diese Petition die entsprechende Gesundheitsreform denn jeder kann ja in einer Partei auch der Meinung sein dass es noch eine bessere Gesundheitsreform gibt als die die bis jetzt im Wahlprogramm steht ja und was jetzt fehlt damit die Parteien überhaupt Erfolg haben können ist dass ein Ruck und Ruf durch Deutschland geht und der fehlt eben noch schon gehört gibt eine neue tolle Partei die uns die Super Reformen der Next Scientists for future .de zum Volksentscheid vorlegen will neben anderen Wahlalternativen um nochmal das Bild zu zeigen ich kann es hier nochmal zeigen das Bild jetzt ist schon zu hier aber hier ist es ja nochmal hier können sie das sehen ja hier sehen sie nochmal so würde der Volksentscheid dann ja quasi vor ihnen liegen und natürlich eine ganz lange Liste solcher Wahlalternativen und hier ist eben die Gesundheitsreform der Next wäre die Gesundheitsreform der Next Scientists for future und hier wären Gesundheitsreform anderer Partei interner und Partei externe Experten die aus unserer Sicht nur wichtige Diskussionsgegenpole sind aber natürlich aus unserer Sicht alle sich irren das sind alles schlechte Ansätze aber egal niemals Einseitigkeit immer Mehrseitigkeit niemals Einseitigkeit das ist das Motto jeder Partei die in Zukunft zu den Guten gehören will und nicht zu den Schlechten deswegen ist es ja so tragisch dass die dass die Neuparteien alle hier so hier auf dem Weg wieder zur Einseitigkeit gerade sind und sich längst schon wieder in die Einseitigkeit hinein manövriert haben wo ist die Mehrseitigkeit ja wo ist das die andere Seite hören und und wo ist die klare Bekenntnis zu Volksentscheiden Vorwahlen Mini Volksentscheiden Demokratie pur Talkshows freie Argumente Plattformen und 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 wo ist das brauchen wir am Ende doch die FRAG Partei weil alle anderen versagen ja das ist die Frage und jetzt bei den Kurznachrichten werden wir uns natürlich auch widmen Schluckwasser heute wird es wohl auf eine Universitätsvorlesung hinauslaufen wir sind schon bei einer Stunde sechs Minuten wir werden wohl anderthalb Stunden brauchen dann müssen wir mal heute eine ganze Universitätsvorlesung machen ja wenn sie zu den klugen Menschen denken zu gehören dann müssen sie sowas auch mal durchhalten ne liebe Zuhörerinnen ne dann können sie sehen ob sie universitätstauglich sind ne also ein bisschen durchhalten ähm dann schauen wir mal ähm ja die Kurznachrichten wollte ich doch ja die Fachärzte und Klinikstationen die Fachärzte und Klinikstationen denken wir uns also als mögliche Partner der erfolgreichen Praxisteams und sie werden beteiligt durch diese Dauerauftragsregelungen am Verdienstzuschuss für für bestimmte Kunden ja das heißt also denn letztendlich ist ja das Geld was in den Etats drin ist wird ja auch errechnet aus den Wohlfühlstimmen Gesundheitsdaten Langlebigkeitsdaten der der Kunden und all das fließt ja mit rein ja alles was ich eben geschildert habe da kommt natürlich immer noch in die Rechnungen überall wird mit einberechnet möglicherweise falls sie sich dafür entscheiden sollten in den Volksentscheiden wird die Wohlfühlstimme jeweils ihre Wohlfühlstimme als Kunde mit reingerechnet und deren Veränderungen und es wird ja alles die Gesundheitsdaten sind ja da schon reingerechnet ich habe ja schon erwähnt Gesundheitskosten Erwartungskurve und tatsächliche Gesundheitskosten und die Langlebigkeitsdaten der Gruppen werden auch mit reingerechnet und so weiter ja muss man gucken wie man das macht aber das ist alles möglich Normalverteilung für Gesundheitsaufwand Erwartungskurve das will ich noch mal zeigen ja das ist ja eine Neuentdeckung dass wir hier dieses schöne Bild ja dieses diese schöne Normalverteilung hier dass das Ihnen noch mal verdeutlicht was ist dieses Neue diese Gesundheits also sie haben jetzt ihre ganzen Familie ihren Großeltern Urgroßeltern Großeltern alle haben die Freigabe gegeben der Bundeswahlleiter und die Krankenkasse zusammen untersuchen ihre Vorgeschichte also man muss halt gucken dass die 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 Datenerhebung nur von Personen durchgeführt wird die nicht ein Interesse an gefälschten Daten haben sondern die werden nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß erheben ob sie aus einer kränklichen Familie stammen und deswegen eine hohe Gesundheitskostenerwartungskurve haben oder ob sie aus einer mittelkränklichen Familie stammen oder selbst auch schon eine mittelkränkliche Geschichte hinter sich haben oder ob sie bisher eine kerngesunde Lebensgeschichte hinter sich haben oder eine kerngesunde das wäre jetzt der kerngesunde also eine Nullkurve haben sozusagen und dann versuchen natürlich die Praxen so viel wie möglich anzulocken von den Schwerkranken weil die haben ja auch dann wenn einer Schwerkranker hier ist so mit 50 dann hat er ja noch eine riesig steigende Kurve vor sich und wenn dann die Praxis es schafft dass die Kurve unterschritten wird dass die Kurve also die bisher so war die Kostenkurve ist eine Schwerkranken dass die jetzt quasi durch das Wirken der Gesundheitsförderungswirkung der Praxis abflacht dann wird aus dieser jeweiligen Diskrepanz die Ausschüttung an die Praxis errechnet an den Praxisleiter und der verteilt ja diese Gelder wieder die er bekommt an seine Mitarbeiter nach einem bestimmten Prozentschlüssel ja so dass alle Mitarbeiter beteiligt sind an diesem Gewinn das wäre wohl am besten theoretisch ist auch möglich dass die Mitarbeiter Festgehälter bekommen und dann wenn die Praxiseffizienz steigt dann hat halt der Arzt einen höheren unternehmerischen Gewinn ja das heißt das kann ja jeder machen wie er will wir leben ja in einem freien Land und die Mitarbeiter haben ja auch die Möglichkeit wenn sie wissen dass sie gute Mitarbeiter sind die können ja bestehen auf einer prozentualen Beteiligung also einer Gewinnbeteiligung statt Festgehalten aber dann müssen sie auch damit leben dass wenn die Gewinnbeteiligung sinkt dass dann auch ihre Prozente geringer ausfallen sie sind dann auch am Risiko beteiligt das kann ja jeder entscheiden wie er will Schluck Wasser wer kein Risiko ein gehen will entscheidet sich halt für das Festgehalt so wird es bei den Einstellungsgesprächen immer solche Verhandlungen geben wie wollen sie lieber prozentuale Beteiligung oder Festgehalt oder oder der Arzt wird das anbieten was er für sich für vorteilhafter hält ja das heißt also nochmal gezeigt so können sie sich eine Gesundheitskosten Erwartungskurve vorstellen die dann nach möglichst präzise berechnet wird übrigens so eine Gesundheitskosten Erwartungskurve muss nicht total genau sein sie ist auch schon total hilfreich wenn sie nur ungefähr ist wenn man nur ein paar Hinweise hat und ein paar Daten hat das reicht schon ja und dann kann man da schon was ausrechnen Hauptsache es ist nicht so dass alle die gleiche Kurve kriegen denn dann kriegt ja der Schwerkranke eine Durchschnittskurve und dann sieht der Arzt nee der ist ja schwer krank den ekelig raus ja also besonders die Schwerkranken sollten alle ein riesiges Interesse haben diese Freigabe zu erteilen und dass auch ihre Großeltern und Urgroßeltern diese Freigabe erteilen damit eine realistische Gesundheitskosten Erwartungskurve entsteht denn nur dann sagen die Hausärzte hurra mal wieder ein schwer kranker Neukunde da kann ich ja wieder mehr Geld verdienen weil ich die wieder dann den gesünder machen kann ein bisschen gesünder machen kann man wird also die Schwerkranken ja vielleicht nicht alle wieder kerngesund kriegen aber man kann sie ein bisschen gesünder machen und dafür gibt es dann schon fürstliche Honorare weil aus der Diskrepanz wird das Honorar berechnet ja und das ist entscheidend aus der Einsparung kriegt quasi der Praxisleiter seine Ausschüttung berechnet ja und jetzt kommen wir mal zu dem Eisen Eisen und heißen Thema Skandal unbemerkt züchtet die Medizin Industrie Gendefekte in uns hinein haben sie schon mal darüber nachgedacht was es bedeutet wenn Ärzte zigtausende Euro verdienen indem sie Ungeborene im Mutterleib operieren anstatt sie an ihrem Gendefekt einfach mal sterben zu lassen wie es jeder vernünftige Mensch tun würde er züchtet Gendefekte also unsere Medizin Industrie man hat ja den Nazis vorgewerfen sie hätten Menschen Züchtung betreiben wollen ja vielleicht wollten die da wirklich auch und wahrscheinlich wäre diese Menschen Züchtung wirklich schädlich und schlecht gewesen für uns aber dadurch haben wir den Blick verloren dafür dass wir es zulassen dass die Medizin Industrie schon seit vielen Jahrzehnten Gendefekte in uns hinein züchtet uns in Richtung Dauerpatienten hinein züchtet weil unsere Genome unser Genpool verzüchtet wird ja und für die Medizin Industrie selber merkt das gar nicht weil es sie merkt ja nur dass sie immer mehr verdient und dass es immer mehr Arbeitsplätze und Karrieremöglichkeiten für immer mehr medizinisches Personal gibt ja mehr merkt sie nicht sie merkt gar nicht unbemerkt unbemerkt aufgrund ihrer vorteilbringenden Irrtümer man müsse doch ein ungeborenes Kind im Mutterleib operieren man könne es doch nicht sterben lassen erinnern sie sich daran dass die Rechtsradikalen dass man die daran erkannt kennt dass die gegen jede Abtreibung sind dass die jedes Leben retten wollen also auch ein Kind das erst im Mutterleib erst drei Wochen alt ist das wollen sie am liebsten dass es im Mutterleib operiert wird das wollen Rechtsradikale und da ist ja komischerweise eine unheimliche Nähe zwischen der Medizinindustrie und der Rechtsradikalität Kinder um jeden Preis retten vor der Abtreibung und um jeden Preis operieren schon im Mutterleib also Sie merken dass unsere Medizin Industrie unbewusst nicht bewusst eine große Assoziation ich muss ganz kurz was zu unbewusst sagen vergessen Sie das Unbewusste im engeren Sinn das von Freud das gibt es gar nicht es gibt kein Unbewusst im engeren Sinne es gibt auch kein Unterbewusst sein es sind alles Märchen mit denen Geld verdient wird das sind Geld alles ab Zockemärchen naturwissenschaftlich ist nur eine eine Wortwahl erlaubt von unbewusst als nicht bewusst also wenn ich unbewusst sage müssen sie es quasi übersetzen als nicht bewusst ein Mensch der sich irrt ist nicht bewusst dass er schlecht handelt weil er sein Handeln auf einem Irrtum beruht dass sein Handeln schlecht wird aber er ist sich keiner schuld bewusst und es ist für ihn unbewusst es ist auch unbewusst dass er schlecht handelt und insofern ist es für die Medizin Industrie unbewusst dass sie eigentlich Seite an Seite mit den Rechtsradikalen steht die feindlich gegenüber jeder Abtreibung und gegen jede Grundidee ist die jedes Naturvolk früher hatte und die wir auch vor einigen Jahrhunderten alle noch hatten nämlich es doch ganz normal dass von zehn Kindern vielleicht zwei überleben werden und das zwölfte Lebensjahr erreichen und die anderen ja ist tragisch da weint man mal ein paar Tränchen um jedes einzelne Kind wäre schon schön gewesen wenn dieses Kind überlebensfähig gewesen wäre war es halt aber nicht man hat das damals hingenommen denn Genetik ist tatsächlich Schicksal Sie können doch nichts an der Genlotterie ändern das ist ein Zufalls Generations Generatorsystem genauso wie Sie an den Lottozahlen doch nichts aktiv ändern können und nicht in diesen Apparat reingreifen können ohne was kaputt zu machen wenn Sie reingreifen machen Sie den Fernseher kaputt mehr machen Sie dann nicht und so ähnlich ist es bei unseren Genen bis jetzt ist es nicht möglich ohne Schäden anzurichten da einfach mal so eben rein zu greifen und ja lassen wir das doch alles der Natur überlassen wir doch alles der Natur das kostet doch alles nur unnötig Geld aber lassen wir doch bitte schön wieder die Kinder ganz natürlich sterben wenn sie nicht fürs Leben bestimmt sind sondern kranke Mutanten sind lassen wir doch die kranken Mutanten einfach sterben und lassen wir doch nicht die Medizinindustrie die unbewusst an der Seite der Rechtsradikalen steht sozusagen ja dem Wahn anheimfallen sozusagen dass dass man Ungeborene schon im Mutterleib operieren muss unbewusst weil man damit wahnsinnig viel Geld verdienen kann ja denken sie noch mal daran auch die Kosmetik Industrie die Kosmetik Industrie da haben wir das doch mitgekriegt dass die quasi immer mehr Schaden angerichtet hat weil sie plötzlich anfängt für Neugeborene schon Kosmetika anzubieten für Kosmetik für Einjährige Kosmetik für Zweijährige und so weiter dann man will halt einfach auch diese Zielgruppen schon erschließen weil man damit viel Geld verdienen kann dass man damit auch Schäden anrichtet ist einem unbewusst oder nicht bewusst ja also nur dies in der Psychobiologie gibt es nur diese Definition des Unbewussten nämlich nicht bewusst und es gibt nicht das Unterbewusste und das Unbewusste oder das Verdrängte im deutschen Sinne gibt es nicht, gab es nie und hat es nie, wird es nie geben das sind Märchenwelten das sind vorteilbringende Irrtümer das ist die Lizenz zum Gelddrucken für alle Psychoanalytiker und Psychotherapeuten analytischer Therapien ja hat es nie gegeben ein Psychologe, ein Professor hatte das glaube ich schon vor Jahrzehnten gesagt ich erinnere mich im Studium daran entweder psychische Prozesse sind bewusst oder sie sind gar keine psychischen Prozesse Punkt ja der hat es gewusst das habe ich immer behalten auch als ich Psychoanalytiker war ich hatte das immer im Hinterkopf und war offen dafür, dass er vielleicht Recht hat und er hatte Recht im Moment habe ich den Namen auf der Zunge, wie der Professor hieß aber ich will nichts riskieren der ist wahrscheinlich falsch, der Name so ich lese jetzt weiter ja also noch einmal bevor ich weiter lese da wird sich manches wiederholen also die Rechtsradikalen und die Medizinindustrie bilden eine unbewusste nicht bewusste Allianz eine unschuldige Allianz die den gleichen Tenor hat Abtreibung verbieten den Linken widersprechen Abtreibung verbieten und Abtreibung unnötig machen durch ständige Operationen von Gendefekten den Ungeborenen weil es mehr Geld gibt das ist eine unheimvolle Allianz und das ist so und damit habe ich verdeutlicht diesen Riesenskandal unbemerkt züchtet die Medizinindustrie die Gendefekte in uns hinein und das seit ganz vielen Jahrzehnten Schluckwasser genau genommen seit ca. 170.000 Jahren aber in den letzten Jahrzehnten ist das natürlich erst richtig schlimm geworden das ist ja so kurvenmäßig in den letzten 100.000 Jahren war die 170.000 Jahren war die Kurve ganz flach sozusagen und dann hier und dann aber jetzt hier vor ungefähr ja ab 1950 ca. ist diese Kurve explodiert ja und seitdem steigt dieser dieses dieses Schädigung unseres Genpools durch die Medizinindustrie an ja und also ich fasse zusammen bevor ich weiterlese hiermit habe ich verdeutlicht unbemerkt züchtet die Medizinindustrie Gendefekte in uns hinein und wir müssen uns wieder einer linken der Frauen Emanzipationsbewegung der linken Frauen Emanzipationsbewegung entsprechenden Politik zuwenden keine rechtsradikalen Tendenzen mein Bauch als Frau gehört mir und wir erweitern auf den Naturzustand mein Neugeborenes gehört auch ganz allein mir mein Bauch und also wir rufen allen Rechtsradikalen zu mein Bauch wir rufen die linke Emanzipations Frauen Emanzipations Politik Parole allen Rechtsradikalen zu und eine Frau ruft mein Bauch und meine Neugeborenen gehören immer ganz allein mir ich entscheide ob sie durch glückselig machendes Massageöl in den Tod massiert in einen sanften glückseligen Tod massiert werden oder ob sie überleben das ist echte linke echte soziale Politik weil es uns auch die Möglichkeit eröffnet dass wir endlich die massenhafte Produktion von Armut durch die NGOs beenden können ich habe das schon oft geschildert genauso wie die Sozialspartler Massen Arbeitslosigkeit erzeugen damit sie unschuldig ohne bewöse Absicht unbewusst damit sie unbewusst sozusagen sich mehr Kundschaft und Karrieremöglichkeiten selber eröffnen genauso wie das die Sozialspartler machen machen die NGOs es so dass sie teilweise sogar aktiv unbewusst aktiv ich unterstelle jetzt mal wieder Unschuldsvermutung unbewusst aktiv Armut in der Welt und Hunger erzeugen weil sie dann mehr Spendengelder bekommen und dann sich die Geschäftsführer selber höhere Gehälter auszahlen können insofern ist es quasi unbewusst erwünscht von NGOs dass es möglichst viel Hunger in der Welt gibt und dass der nie ausstirbt sondern eher mehr wird und da wollen wir ja dann die positiven Anreize setzen wobei der positive Anreiz in dem Fall heißt jede Form der Spenden Erbettelei wird gesetzlich strengstens verboten und untersagt weil wenn es wirklich irgendwo Not in der Welt gibt hilft der Staat aber Spenden Erbettelei unsere Bürger moralisch zu erpressen und zu manipulieren und so sie Geld aus dem Geldbeutel unserer Wählerinnen rauszupressen das wollen wir nicht mehr zulassen das wird in einem Volksentscheid geklärt sie können ja auch sagen sie wollen dass man sie weiterhin an ständig anredet und anbettelt ich sehe das in Köln die Leute werden da von NGOs und von Bettlern überall werden sie angebettelt bei jeder Gelegenheit kommen arbeitsscheue sozialparasiten und irgendwelche arbeitsscheuen NGO Geschäftsführer und betteln die Leute an und deren Personal das Appel und Ei nur verdient und betteln die Leute an ja sie müssen doch aus moralischen Gründen hier jetzt was spenden für die Tiere und für die Hungernden in der Welt und sie müssen doch und sie müssen doch und dann werden die Leute so lange unter Druck gesetzt bis sie endlich zahlen wollen sie dass das so weiter geht ich nicht ich möchte dass das aus dem Stadtbild verschwindet aber sie können im Volks aber ich will dass sie im Volksentscheid das Recht bekommen mir zu widersprechen und etwas anderes zu wählen also wie war das bei Voltaire oder so ähnlich ich werde alles dafür tun dafür zu kämpfen dass sie das entscheiden und nicht wie die neue Partei die Klimaliste die quasi eine Wissenschaftler Diktatur befürwortet ohne es zu merken also wir wollen keine Wissenschaftsdiktatur denn die ganzen Pseudowissenschaften unserer Universitäten die wollen wir doch nicht zum Diktator werden lassen diese ganzen es gibt gute Wissenschaftler 10% so wie im Weltrat ja auch viele Universitätswissenschaftler Mitglied sind ja es gibt die guten 10% aber 90% unserer Universitäten sind inkompetente sich ständig irrende Pseudowissenschaftler und die will ich doch nicht zu Diktatoren werden lassen Schluck Wasser ich lese jetzt aber weiter sonst werde ich ja nie fertig Vorlesung Fortführung der Vorlesung heute Universitätsvorlesungslänge vielleicht sogar Überlänge also deswegen gibt es auch nur das Wahlrecht erst ab 12 für die Wohlfühlstimme und die Mütter werden gebeten ein frühes Sterben eines Kindes nicht in ihre eigene Wohlfühlstimme mit hineinzudenken weil wir als Gesellschaft wieder zum Naturzustand kommen müssen damit eben die Hineinzüchtung durch die Medizinindustrie Gendefekte in uns hineinzuzüchten damit das ein Ende findet müssen wir die Kinder die genetisch kranke Mutanten sind sterben lassen ab dem 12 Lebensjahr machen wir alles um das Leben bis zum 127 Lebensjahr zu erhalten um jeden Preis zumindest haben wir viel mehr Geldreserven dann bei unserer Gesundheitsreform haben wir ganz viel Geldreserven und können uns dann also viel mehr Lebenserhaltungs Methoden leisten aber bitteschön erst ab dem 12 Lebensjahr vorher solange der Mensch noch keine wirklich vollständige ausgereifte Persönlichkeit ist und noch nicht ganz klare Lebensziele hat lassen wir ihn doch schmerzlos konzentrieren wir uns doch auf die Schmerzdämpfung auf die Schmerzmittel auf preiswerte Schmerzmittel innerhalb der ersten 12 Jahre konzentriert sich man sich auf Schmerzmittel die müssen die Eltern bezahlen denn das dürfen wir dem Staat nicht aufbürden dass der Staat oder die Gemeinschaft das bezahlt ja denn das müssen die Eltern bezahlen ja das gehört zum Lebensrisiko dass die Eltern die Schmerzmittel die werden nicht sehr teuer sein bezahlen und wenn dann das Kind halt an den Schmerzmitteln stirbt nach einem Jahr oder so dann ist es doch okay damit müssen wir doch leben können oder wollen wir wieder in wir wieder in den Geldbringenden Wahn in diese Medizinethik einer Gendefekte in uns hinein züchtenden Medizinindustrie mit ihrer aus Vorteil bringenden Irrtümern bestehenden Krankenmedizinethik ja wir müssen alles retten wir müssen Leben immer und um jeden Preis retten Hauptsache das Geld dieser Preis anlandet am Ende bei der Medizinindustrie wollen wir das wirklich das können sie in einem Volksentscheid entscheiden sowas würden wir nie irgendwie entscheiden das müssen sie in einem Volksentscheid entscheiden das können sie nur entscheiden ich kann ihnen nur sagen die Gedanken die bei mir dazu führen würden dass ich im Moment dazu teniere beim entsprechenden Volksentscheid mein Kreuz an dieser Stelle zu machen dass erst ab zwölf Jahre wir alles tun um Leben bis zum 127. Jahr zu bringen aber nicht vor dem zwölften Lebensjahr und das verhindert und das ist der Grund warum die die sieben es nur zwischen zwölf und 127 Jahre gibt als Wohlfühlstimme die automatisch weiterläuft für sterbende Menschen weil wir uns wie die Naturvölker nicht allzu sehr kümmern dürfen damit wir nicht Gendefekte in uns hinein züchten lassen dürfen wir uns nicht allzu sehr kümmern um die Kinder unter zwölf und ab zwölf tun wir dann alles und zwar viel mehr als früher weil wir haben ja viel mehr Geld reserven wir können viel mehr tun für die ab zwölf jährigen wenn wir weil wir ja so viel einsparen überall in der Gesellschaft man man darf den leuten doch keine vorwürfe machen ja das ist noch einmal an all die parteien die gerne jetzt irgendwie rumlaufen und sagen ja wir müssen doch der regierung den prozess machen weil sie irgendwie mit den winter atemwegs erkrankungen falsch umgeht ne wir dürfen keinem vorwürfe machen wir können doch in die leute nicht reinschauen wir müssen doch mit der unschuldsvermutung an alle rangehen und dass die einfach sozusagen unschuldig das schlechte getan haben weil sie voll waren von vorteilbringenden Irrtümern bestimmter Spaten dafür können sie doch nichts dafür kann doch niemand was das ist doch einfach nur tragisch aber doch nicht schuldhaft Schluck Wasser da antworten mir jetzt dann die vorteilbringenden Irrtümer der Rechtsanwälte nein das ist doch schuldhaft wie will man das denn bitte schön vor Gericht beweisen möchte ich sehen es ist doch nicht so dass die Leute hingehen würden ich will jetzt Irrtümer aufgreifen damit ich anderen schaden kann und dabei profitieren kann nein es ist doch anders in einer Welt wo fast alles vorteilbringende Irrtum parasitäres Mem oder Killer Virus des Geistes ist passiert es einfach dass fast alle nur Irrtümer im Kopf haben die sie die sie gefährlich machen also noch einmal in einer Welt und noch einmal das ist jetzt hier auch wieder so ein Kernsatz der einzigen wahrheitsorientierten Psychologie der Psychobiologie des Weltratus in einer Welt wo fast alles vorteilbringende Irrtum parasitäres Mem Killer Virus des Geistes ist passiert es einfach dass fast alle nur Irrtümer im Kopf haben die sie gefährlich machen die sie gefährlich handeln lassen die jetzige sogenannte Wissenschaft gebärdet sich in vielerlei Hinsicht eben weil sie auch eine von Fehlanreizen gebeutelte gesparte voll von vorteilbringenden Irrtümern ist als wäre sie eine Sekte die auf dem Monopol auf die Manipulation der Massen bestehen würde das habe ich ja schon oft gesagt sie können ja den Satz ein paar mal wiederholen indem sie zurückspulen würde ich ihnen sowieso empfehlen ja auch unsere Wissenschaft die ganze Pseudowissenschaft ich habe ja gesagt 10% gute Wissenschaftler 90% Pseudowissenschaftler an den Universitäten und die übernehmen Kraft ihrer Masse natürlich dort die Regie die begebärden sich wie eine Sekte die sagt wir bestehen darauf Naturgesetze dürfen keine Rolle spielen denn wir können ja mit Studien mehr täuschen und wir wollen die Herrschaft der Studien also der pseudowissenschaftlichen Studien und so weiter ja und dadurch diese zwei drittklassigen viertklassigen fünfklassigen die merken gar nicht die sind wieder unschuldig und merken gar nicht wie sie eigentlich dabei sind die Wissenschaft in eine Sekte zu verwandeln da sind sie schon auf einem guten Wege ja deswegen unsere Wissenschafts- und Bildungsreform ja deswegen muss die sein die Rechten ich ich lese nur kurz vor weil wir es ja schon gesagt haben die Rechten kämpfen gegen die Abtreibung und für die patriarchale Herrschaft der Männer über die Frauen und Kinder die linke Frauen Emanzipations Bewegung kämpft dagegen als vernünftige bodenständige linke müssen auch wir ausbauen mein Bauch und meine Neugeborenen gehören immer nur mir als Frau und ab 12 greift erst das Krankenversicherungssystem gesundheitserhaltend ein vorher nur mit von den Eltern finanzierten Schmerzmitteln Die Eltern müssen halt mal eine Stunde bei einem Schmerzarzt bezahlen von der Kosmetik Industrie und die Eltern haben halt auch dann das Recht im Zweifelsfall eben auch billige Schmerzmittel zu verwenden die dann halt dazu führen dass das Leiden des Kindes nicht zehn Jahre dauert sondern vielleicht nur ein Jahr dauert weil die billigen Schmerzmittel vielleicht ein bisschen mehr Nebenwirkungen haben also Nebenschäden erzeugen aber das ist das Recht das entscheiden die Eltern alleine das ist ja ihr Kind wir als Staat haben bei den unter Zwölfjährigen eigentlich nichts zu sagen also die direkte Kindstötung ist natürlich nur wenige Stunden nach der Geburt erlaubt und das auch sollte natürlich durch professionelles Personal durchgeführt werden auf Staatskosten von der Kosmetik Industrie kennen wir die Geschäftsausweitung auf immer kleinere Kinder bei der Medizinindustrie ist es genauso 12 Jahre Limit das 12 Jahre Limit blockiert die Züchtung von Gendefekten durch die Medizinindustrie also noch einmal der Skandal unbemerkt züchtet die Medizinindustrie seit Jahrzehnten Gendefekte in uns hinein in unseren Genpool unsere Aufgabe die vorteilbringenden Irrtümer in den Manipulationen der Gegner zu erkennen der Gegner denken Sie an den Volksentscheid da sind ja immer vier Gegner zu uns ja mindestens oder denken Sie sich ein Volksentscheid mit sieben dann sind da sechs Gegner zu uns ja die vorteilbringenden unsere Aufgabe ist die vorteilbringenden Irrtümer in den Manipulationen der Gegner zu erkennen und zu enttarnen Beispiel die Klimaliste die wäre jetzt ein möglicher Gegner für uns bei dem was sie in einen Volksentscheid einbringen würden als ihr Vorschlag Klimaliste will Studiendiktatur eine Studiendiktatur wobei ich mich frage von wem sind die sind die Studien dann gefälscht von wem sind sozusagen ja wer hat diese Studien bitte schön gefälscht denn ich habe es ja letztens erwähnt da hatten wir ja letztens eine Sendung mit mit dieser Ärztin dieser Zahnärztin dieser holistischen Zahnärztin im Internet Fernsehen die eben auch richtig erkannt hat Studien das ist ja quasi das ist das Einfallstor für Betrug für Täuschung für Schwindel Datenfälschung für Irrtum in der Wissenschaft schlechthin und deswegen ist ja die Schlüsselfrage ja also sozusagen die große Schlüsselfrage wer hat denn diese Studien bitte schön gefälscht die in Zukunft zu unseren Diktatoren werden sollen ja was weiß ich denn was weiß ich denn ob auch nur eine der Klimastudien die uns drohen mit Kipppunkten die angeblich irreversibel seien ich habe doch keine Ahnung ich bin doch kein Spezialist dafür ich habe doch keine Ahnung ob diese Studien gefälscht wurden ob die Irrtumsstudien sind und so weiter es ist nur so erfahrungsgemäß sind höchstens zwei drei Prozent aller Studien überhaupt aussagekräftig der Rest ist Irrtum und irreführend also ich weiß es nicht falls es diese Kipppunkte geben sollte wird es wirklich Zeit dass wir handeln aber dann bitte schön alle ärmeren Staaten der Welt ihr müsst anfangen weil die ich fürchte die die erste Welt wird es nicht tun die dritte Welt muss es tun den Club der Willigen eröffnen mit einem weltweiten total hochpreisigen Emissionshandel für alle Luftstartstoffe einschließlich der der CO2 Ausstoße von Nutztieren Schluck Wasser also auch für Nutztiere muss man dann Emissionsabgaben zahlen also Emissions Zertifikate kaufen sozusagen wenn man also einen Mastbetrieb weiterhin betreiben will dann muss man dafür in Zukunft dann auch Emissionszertifikate kaufen ja und und da aber die dritte Welt scheinbar keine Lust hat gehen die dir wahrscheinlich auch davon aus dass es diese Kipppunkte gar nicht gibt dass das also eine unrealistische Drohung ist eine schöne Manipulation ist uns alle sozusagen zu übereiltem Handeln zwingen zu wollen und wenn es diese Kipppunkte doch gibt dann bitte alle die sich sicher sind dass es die Kipppunkte gibt gehen sie rufen sie die dritte Weltstaaten an und machen sie mit denen gemeinsam den Start für einen weltweiten Emissionshandel für alle Luftschadstoffe wir helfen ihnen gerne dabei aber hören sie auf nur der ersten Welt mit Kipppunkten zu drohen drohen sie der dritten Welt damit die ja angeblich viel schneller betroffen sein wird ja und dann hat die Klimaliste noch wohl sowas wie den Maximalohn das heißt also liebe Unternehmerinnen da wissen sie schon was sie nicht wählen dürfen die wollen sie enteignen die wollen also oder alle Gutverdienenden die wollen ihre ihre Gehälter begrenzen sozusagen die wollen sie enteignen letztendlich und dann werden sie gezwungen Deutschland zu verlassen es sei denn wir bauen eine Mauer rund um Deutschland wieder neu auf und das wäre ja lästig also bitte wählen sie die Klimaliste nicht denn jeder der was kann in Deutschland sollte die Klimaliste nicht wählen denn ihr Gehalt wird möglicherweise dann morgen begrenzt und sie werden enteignet Schluck Wasser wieder meine Aufgabe was ist das für ein vorteilbringender Irrtum mit diesem Maximallohn das ist wieder ein vorteilbringender also der vorteilbringende Irrtum heißt Maximallohn ist gut in Wirklichkeit müsste man sagen Maximallohn ist gut für Sozialspartler den Maximallohn führt dazu dass Unternehmer das Land verlassen werden dadurch entstehen mehr Sozialfälle in Deutschland mehr vorübergehend zumindest auch mehr Massenarbeitslosigkeit weil ganz viele Arbeitsplätze plötzlich wegbrechen schneller wegbrechen als dass man wieder neue Arbeitsplätze schaffen kann und dann werden sozusagen die Sozialspartler wieder schön viel Karriere machen können mit mehr Kundschaft mit mehr Sozialfällen also da ist diese Klimaliste ist quasi infiziert von den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspartler und ich hoffe diese Aufklärung ist hilfreich also der Facharzt die Station erhält jeden Monat den sich also der Facharzt wir sind wieder in der Gesundheitsreform der Facharzt die Station erhält jeden Monat den sich die Operation und so weiter als gesundheitsförderlich erweist vom Hausarzt einen Dauerauftrag eine Dauerüberweisung erhält einen Dauerauftrag wird die Gesundheit wieder schlechter stoppt dieser Dauerauftrag das ist die Motivation aller zu maximaler Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung also Empfehlung immer erst Hausarzt also wir empfehlen allen Versicherten immer erst zum Hausarzt zu gehen niemals direkt zum Facharzt zu gehen weil sie sonst keine Kontrolle darüber haben was dieser Facharzt eventuell alles mit ihnen anstellt um irgendwie an Geld ranzukommen sondern nur der Gang über den Hausarzt ermöglicht ihnen dass der Hausarzt kontrolliert die Leistung des Facharztes oder der Klinik kontrolliert also man kann sagen unser Hausarzt zentriertes System oder Hausarzt Ersatz praxis zentriertes System ist eine zum ersten Mal eine ständige Leistungskontrolle aller Fachärzte und Klinik Stationen und darauf würden sie verzichten wenn sie direkt in die Klinik gehen oder direkt zum Hausarzt das sollten sie in Zukunft nicht mehr tun ist unsere Empfehlung gut gemeinter Tipp ich würde es nie tun also immer erst zum Hausarzt gehen und der überweist zu seinen gesundheitsförderlichen Partnern und Fachärzte Stationen niemals eine eine ganze Klinik als Partner wählen sondern immer nur einzelne Klinikärzte als Partner eventuell auf Zeit und eigentlich am besten immer nur einen Vertrag für eine einzelne Handlung für eine einzelne Behandlung und dann und der Bezahlungsschlüssel ist solange Operation die Gesundheit danach erhält wir bauen also das rein was man in der Wissenschaft Katamnese nennt also hinterher Wirkungsmessung ja mal einfach gesagt solange Operation die Gesundheit erhält Dauerauftrag sonst stoppt das Dauerauftrag ja das ist die einzige Finanzierung von Kliniken Fachärzten und allem anderen alle Finanzierung kommt nur noch aus den Partnerschaften mit einzelnen Hausärzten für begrenzte Zeiten einer Behandlung das heißt also wir werden dann auch ein gesund Schrumpfen im Kliniks Bereich haben wir werden die Vielzahl aller Kliniken behalten aber die einzelne Klinik wird kleiner werden sozusagen wir werden lokal viele kleine Kliniken haben sodass die Wege kurz sind aber die Kliniken werden immer kleiner weil ja die Hausärzte durch ihre neue gesundheitsförderliche und krankheitsverhindernde Wirkung da die meisten kranken aus Aufenthalte ja völlig unnötig machen müssen sie mal klar sein Frau Professor Michaela Döll hat ja immer gesagt so an die 50 Prozent aller Krebs Erzeugung kommt durch die falsche Ernährung und durch unsere ja die Hausärzte die Praxen gehen ja mit mir als Versichertem einkaufen und bringen mir bei wie ich mich noch gesünder ernähren kann es wird umgedreht sein ich bring denen bei wie man sich noch gesünder ernähren kann aber ist egal also auf jeden Fall ihnen bringen die Leute bringt man bei wie man sich gesünder ernähren kann und die Supermarktleiter kriegen dann am meisten Verdienst zu Schüsse wenn sie nie krank werden das heißt also Hausärzte also Marktleiter Kioskleiter und Restaurantleiter werden genauso wie alles andere auch Teil des Gesundheitswesens Deutschland und kriegen dann am meisten Verdienst zu Schüsse wenn sie nie krank werden und dadurch haben sie also Hilfe von allen Seiten Restaurantleiter Kioskleiter Marktleiter Ernährungsberaterin im Supermarkt alle und ihre Hausarzt Ersatzpraxis alle tun alles um ihnen zu helfen sich immer leckerer und immer gesünder zu ernähren ja immer wenn Bedarf ist spricht der Hausarzt aber immer nur wenn Bedarf ist spricht der Hausarzt mit den fachärztlichen Anbietern der Region seines Umfeldes und wählt subjektiv natürlich den hoffentlich gesundheitsförderlichsten davon aus alle und macht mit dem für eine Behandlung einen Partnervertrag sozusagen einen Dauerauftragsvertrag einen Ratenzahlungsvertrag über die Zeit hinweg einen zeitlich nicht begrenzten Dauerauftrag sondern der wird begrenzt darüber solange die Gesundheitswirkung anhält Geldfluss weiter also Dauerauftrag läuft weiter wenn nicht stoppt er oder wird reduziert aller Geldfluss also Krankenkasse Haus läuft Richtung Hausarzt Ersatz Praxis und von Hausarzt Ersatz Praxis läuft der Geldfluss zu den Fachärzten in und außerhalb der Kliniken wobei die Klinik den Dauerauftrag bekommen dürfte für das Unterkonto des jeweiligen Klinikarztes von dem aus ein Dauerauftrag mit einem entsprechenden Anteil für den Arzt rausgeht denn die Klinik muss ja auch von was finanziert werden also das können ja die Kliniken machen wie sie wollen wie sie das machen also auf jeden Fall kriegt die Klinik das Geld und muss halt sehen und der Arzt muss sehen wie und was er davon abkriegt sozusagen sagen ja und zum Beispiel die die Parteien was jetzt so anläuft alle sind wie verrückt dahinter her die Mobilitätssucht sozusagen zu erhöhen also wir haben es ja mit einer ungeheuren Mobilitäts und Reisesucht in der Welt zu tun ja weil die Menschen alle total unglücklich sind kann man es ihnen auch nicht vorwerfen dass sie alle nach Mallorca reisen wollen um sich die Hucke mal richtig voll saufen zu können um das Elend hier im Lande mal vergessen zu können für eine kurze Zeit also es ist ganz verständlich dass wir alle reisesüchtig und mobilitätssüchtig sind ich reise natürlich nie nie mehr jedenfalls ja ich war in Indien und Südostasien aber das waren einmalige Reisen sowas mache ich nie wieder ich reise nur noch durch online ja also wir müssen im Gegensatz zu dem die reden alle davon die Mobilitätsverschwendung noch anzuheizen nämlich diese ganzen Jahreskarten und Billig Jahreskarten und Monatskarten die da alle im Gespräch sind in den verschiedenen Parteien das sind ja quasi alles Fehlanreize so in Richtung ich habe es ja schon bezahlt und jetzt jetzt will ich auch so viel wie möglich fahren und dadurch werden wir noch mehr CO2 ausstoßen denn wir werden auch wenn das öffentliche Verkehrsmittel sind auch wenn ich wenn ich da an diese stinke Dieselbussel denke ja wir werden dann ja also wir werden unendlich mehr wird gefahren werden ja und dabei ist unsere Therapie doch helfen wir machen wir doch die Reformen so dass sich die Menschen wohl fühlen in der Gesundheitskommune ihrer Hausarzt Ersatzpraxis mit den lieben Menschen dort und gar keine Mobilität brauchen so wenig wie möglich Mobilität lassen sie uns doch als Arbeitsziel rausgeben null Mobilitätssucht null Reisesucht null Mobilität das ist doch unser Arbeitsziel und das ohne irgendwas zu verbieten sondern nur wir wollen dass die Menschen so glücklich sind in den zukünftigen Hausarzt Ersatzpraxis Gesundheitskommunen diesen Freizeit und Wochenendkommunen dass sie sagen was will ich mehr ich habe doch alles was ich brauche hier was will ich in Mallorca hier bin ich doch viel glücklicher ich habe hier so viel Liebe in meiner Gesundheitskommune um mich herum was will ich denn mehr ja und man könnte es ja so machen also erstens mal aus unserer Sicht sollten wir ein Volksentscheid darüber machen dass alle Monats- und Jahreskarten verboten gehören damit eben nicht der Anreiz besteht ich habe ja schon bezahlt jetzt will ich möglichst viel viel bezahlen fahren das gibt es ja auch beim Arzt ich habe doch schon meinen Krankenkassenbeitrag bezahlt jetzt will ich auch möglichst viel dafür bekommen das müssen wir diese Mentalität müssen wir doch verhindern anstatt sie weiter anzustacheln und deswegen muss es dann so sein man hat so seine Karte und hält die beim Betreten der Bahn dran wenn man längere Strecke fahren muss hält man sie tippt man sie so dreimal hintereinander ran und dann hat man für die Langstrecke bezahlt und und dann dann ist es so dass man für jede einzelne Fahrt zahlen muss und dadurch dann auch ein Interesse daran hat eine Motivation hat möglichst jede Fahrt zu vermeiden die möglich ist ja und dann muss man ganz klar sagen die gesamten Großmedien machen ja zur Zeit eine unbewusste nicht bewusste unschuldige Hetze gegen den Präsidenten Weißrusslands da war eine ganz große Sendung ich glaube es war im Weltspiegel ja aber kein einziges Wort über ungeschützte Massentote durch Winter Atemwegserkrankungen in Weißrussland man könnte doch dem also alles sagen die Präsidentenhasser im Wald da wurden sie gefilmt frei heraus da hätten sie alles sagen können was sie denken ja also völlig freie also das ist für mich schon fast als naturwissenschaftlicher Denker hat das schon fast Beweiskraft diese Sendung das sind also x Journalisten vom deutschen Fernsehen im Wald in Weißrussland ohne Zeugen wo die wo die Präsidentenhasser alles sagten die haben alles gesagt wie sehr sie den hassen und wie sie sie gegen ihn sind und so weiter und wie schrecklich das alles mit diesem Präsidenten ist und wenn es doch stimmen würde dann könnten die doch da jetzt problemlos sagen und außerdem lässt er die gesamte Bevölkerung gerade elendiglich zugrunde gehen weil er nichts unternimmt gegen die Winteratemwegserkrankungen die wir unter dem Namen Corona kennen und dass da kein Wort darüber fällt wo es doch so einfach wäre den Schuldvorwurf zu machen der Präsident lässt die Bevölkerung sterben was für ein grausamer Menschentöter nichts wäre leichter gewesen als hunderte Zeugen über Massentote zu präsentieren bei dieser Gelegenheit im Walde und dass das nicht geschieht dass man diese Chance nicht nutzte dafür gibt es für mich nur eine Erklärung oder nennen sie mir eine andere dass in Weißrussland gar nicht gestorben wird gerade weil der Präsident nichts unternommen hat nicht mehr unternommen hat als man in Weißrussland jeden Winter unternimmt sagen sie mir den Gegenbeweis also überzeugen sie mich für mich als naturwissenschaftlichen Denker hat das schon fast diese Sendung vom Weltspiegel hat für mich fast schon Beweiskraft und das würde dann bedeuten dass der Präsident richtig gehandelt hat einfach die Winteratemwegserkrankung namens Corona am besten so behandeln wie jede Winteratemwegserkrankungs Phase so oder wie gesagt für mich hat diese Sendung des Weltspiegels schon fast Beweiskraft gehabt da da muss jetzt wirklich was Gutes dagegen kommen dass ich davon nochmal abrücke von dieser meiner inneren Überzeugung ja Kommentare die Einführung achso die Einführung na gut egal Tatort da war ich habe gestern den Tatort geguckt zum Glück war es keiner dieser schrecklichen Tatorte sondern es wurde dann mal wieder so schön schön deutlich gezeigt das polizeiliche Nichthelfen wurde angeprangert zu Recht von den Schauspielern im Film das Ganze ist natürlich nur ein Theater aber trotzdem wurde nochmal so richtig schön deutlich dass natürlich unser ganzes Polizeisystem auf vorteilbringenden Irrtümern beruht die zum Nichthelfen anstiften genauso wie die Arbeitsamt Mitarbeiter durch ihre vorteilbringenden Irrtümer auch zum Nichthelfen angestiftet werden weil eben sowohl die Polizei am besten Karriere machen kann wenn sie über Nichthelfen immer mehr Polizisten bewilligt werden und in den Wahlprogrammen steht jetzt auch bei manchen Parteien drin Aufstockung der Polizei Nein also unser Vorschlag für den Volksentscheid wäre genau das Gegenteil totale Reduktion der Zahl der Polizisten und der Staatsanwälte und der Richter totales Reduzieren der Zahl aber vorher neue Leistungsmessung das heißt wir machen einen Polizisten durch die neuen positiven Anreize lassen wir ihn aufhören mit dem Nichthelfen und lassen ihn dreißigfach so effektiv werden wie bisher dann können wir für ihn für die Besten darunter können wir 29 andere Polizisten einsparen und das Geld landet wieder in ihrem Geldbeutel liebe Wählerinnen und sie haben viel mehr Sicherheit weil diese dieses Dreißigstel an Polizisten und Staatsanwälten und Richtern das noch übrig bleibt das geht so konsequent mit den Tätern um dass es die entweder mit allen Mitteln auf einen legalen Lebensweg lenkt und damit die Straftaten alle aufhören oder sie so knallhart bestraft dass sie deswegen aufhören und im Zweifelsfall sie lebenslänglich wegsperrt mit Sicherheitsverwahrung ja so dass die Richter dann die werden darauf drängen dass sie in der Politik dass sie strengere Gesetze brauchen und so weiter damit sie richtig durchgreifen können bei den letzten hartnäckigen die immer noch kriminell sind den meisten wird man helfen können indem man sie auf einen legalen Lebensweg führt aber den Rest da muss man einfach wahrscheinlich Sicherheitsverwahrung lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung sehr großzügig verteilen aber Vorsicht nicht wieder irgendein Geschäft der Gefängniswärter bedienen sondern es muss wieder von den Anreizen so sein dass nur je weniger Straftäter es gibt desto mehr verdienen die Gefängniswärter dadurch haben die dann auch ein Interesse dazu das Gefängnis nicht zu einer Jugendherberge zu einer verwöhnenden Jugendherberge verkommen zu lassen sondern dass die Strafanstalt auch wirklich eine Strafanstalt ist und nicht eine Verwöhnungs Jugendherberge so nach dem Motto lieber Kunde komm morgen wieder begeh morgen wieder eine Straftat werde zum Wiederholungstäter dann bieten wir dir wieder ein Gastspiel in unserer tollen netten Jugendherberge wo es so viel Spaß macht zu leben das ich habe jetzt quasi die Aussagen von Straftätern über Jugendgefängnisse zitiert so nach dem Motto ich fühle mich doch hier wohl warum soll ich aufhören mit Straftaten ich fühle mich doch hier sauwohl hier ist doch High Life Schluck Wasser die vorteilbringenden Irrtümer der Asyl und Migrationssparten manipulieren in dem Tatort zu Rock gegen rechts und dadurch zog er sich natürlich zwangsläufig den Hass der rechten Szene auf sich der Konzertveranstalter und deswegen planten die auch einen Mord gegen ihn auch wenn eine andere Person den Mord dann begangen hat aber geplant hatten sie ja also das heißt muss es denn sein mit Rock gegen rechts 20% 10 20% der Bevölkerung zu provozieren indem man demonstrativ noch mehr sozusagen noch mehr sagt Leute wir haben Platz kommt alle aus aller Welt hier nach Deutschland das das ärgert dann so richtig die ganzen Rechten und dann werden die immer brutaler und immer radikaler und neigen immer mehr zu Gewalttaten muss denn diese Provokation sein müssen wir mal drüber reden am Dienstag morgen wird ja in der Talkshow eventuell darüber geredet ja 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 diese Rechnung jetzt hier die hatten wir glaube ich schon die Rechnung hatten wir schon in Forum das habe ich ja schon vorgelesen war ja dieses Lehrstück mit den vorteilbringenden Irrtümern der Spaten und und über vorteilbringende Irrtümer freie Reformen also unsere Aufgabe darum geht es letztendlich unsere Aufgabe als externe Experten für Parteien darum geht es letztendlich dass wir Reformen zur Verfügung stellen stehen also dass wir Reformen designen die frei von den vorteilbringenden Irrtümern all der verschiedenen Sparten der Gesellschaft sind das ist unsere Aufgabe also noch einmal unsere Aufgabe ist Reformen zu designen die frei von den vorteilbringenden Irrtümern der vielen Sparten unserer Gesellschaft sind das ist unser Job als Weltrat und Next Scientist für Future als externe Experten überparteiliche Experten ja Mobilitäts und Reisesucht sind noch nicht als richtig als Problem erkannt eher setzt man in den Parteiprogrammen eher noch würde man eher Anreize setzen für noch mehr Mobilität so nach dem Motto hab ja schon bezahlt will es jetzt auch nutzen man versteht die Welt besser wenn man Irrtümer auch als vorteilbringende Irrtümer bestimmter Sparten erkennen kann zur Not kann man ja erst einmal über die Irrtümer sprechen und das Irrtumshafte an den Irrtümern aber die Suchen danach für welche Sparte für wen ist das ein vorteilbringender Irrtum diese Suche sollte man nie zu früh aufgeben Irrtümer haben zwar nicht immer aber haben oft eine Herkunft als vorteilbringender Irrtum irgendeiner Sparte ja alle Arten von Gleichheits Irrtümern sind effektive Killerviren des Geistes auf dem Weg zu mehr Nachwuchs an Sozialfällen Ja Wiederholen Sie sich bitte durch Wiederholung der Sendung diesen Satz Ja Wahl Alters 16 wird vorgeschlagen von vielen Parteien Das ist ein von was ist das für ein vorteilbringender Irrtum auf jeden Fall ist es wahrscheinlich ist es ein vorteilbringender Irrtum der Waffen Waffenkonzerne Warum Senken Sie das Wahlalter auf 16 haben Sie noch mehr vom Marxismus Virus von Marxistoiden Viren durch seuchte Jungwähler die zu Revolutionen neigen und dann kann es eventuell zu mehr Waffenkonsum kommen worüber natürlich dann wieder das Geld bei den Waffen Konzernen landen würde also wahrscheinlich ist das mit dem Wahlalter 16 am Ende ein vorteilbringender Irrtum der Waffenkonzerne der sich da reindrängt in die Wahlprogramme unerkannt denn der gesamte Marxismus ist ja wahrscheinlich ein vorteilbringender Irrtum der Waffenindustrien wahrscheinlich irgendwann mal unterstützt worden von der Waffenindustrie sonst wäre sozusagen der Marxismus vielleicht nie weltweit bekannt geworden wer weiß wir wissen ja das kann man ja nicht wissen wie es wirklich war aber auf jeden Fall gibt es eigentlich nur einen Profiteur vom Marxismus die Waffenkonzerne weil Bürgerkriege sind auch Kriege Revolutionen sind auch Kriege und überall dort können die Waffenhändler und die Waffenkonzerne gute Geschäfte machen und bei jedem Terroranschlag der RAF da haben die Waffenkonzerne gute Geschäfte gemacht denn da wurden ja Waffen und Sprengstoffe der Waffenkonzerne konsumiert also die RAF die Rote Armee Fraktion die linksradikalen Mordkommandos ja das ist ja ist ja für die Waffenkonzerne ein gutes Geschäft genauso wie die Rechtsradikalen die ja auch Waffen kaufen und horten ohne Ende natürliches gesundes aussaugen der Mutter ja also es ist eben so neu geboren ja für die ist es ja völlig natürlich und natürlich und gesund die Mutter auszusaugen über das Stillen ja und so weiter und da liegt dann aber für solche Kinder liegt natürlich der Gedanke des Aussaugens der Reichen sehr nah wenn man jung ist dann ist die Mutter eine reiche Person und der sauge ich die Milch aus die ist ja so reich die hat ja so viel das ist ja nicht schlimm und dann liegt diese Idee zu sagen jetzt wollen wir mal die Reichen aussaugen die liegt sehr nah je jünger man ist also das nehmen von anderen liegt einfach bei jungen Kindern sehr viel näher als bei älteren deswegen würde ich jetzt in den Volksentscheid hinein empfehlen auf keinen Fall das Wahlalter zu senken weil wir kriegen dann nur lauter Revolutionäre die dann am Ende für eine Revolution stimmen und das ist dann am Ende auch wieder ein vorteilbringender Irrtum für die Sozialsparten weil dann wandern die Flüchten die Unternehmer und lauter Sozialfälle bleiben in Deutschland übrig und es bleiben Sozialberufler und Sozialfälle in einem bettelarmen Land übrig also und dann auch wie gesagt das was diese Klimaliste macht das würde hinauslaufen auf eine Wissenschaftler Diktatur das ist ein vorteilbringender Irrtum der Sparte drittklassiger Pseudowissenschaftler unserer Universitäten ja denn auf keinen Fall also dürfen wir diese drittklassigen Pseudowissenschaftler unserer Universitäten von denen wir viel zu viele haben und die die ganzen Fachzeitschriften besetzt haben und mit ihrer Studienschlagerei sozusagen verunstaltet haben und keinen Platz mehr lassen für echte Wissenschaftler diese Leute dürfen wir nicht zu Diktatoren werden lassen also ich kann nur warnen davor diese drittklassigen Pseudowissenschaftler unserer Universitäten zu den neuen Diktatoren werden zu lassen ja ich kann nur davor warnen ja ich kann das sagen als jemand der in allen praktisch in allen Fächern die Note sehr gut hatte und dann eben sehen musste wie Leute durchgekommen sind bei den Prüfungen die gar nicht bis drei zählen konnten und das sind natürlich alles am Ende auch Pseudowissenschaftler geworden also man kann es so sagen nichts regiert an den Universitäten mehr als Dummheit es sind sind nur auch im Weltrat sind nur die Universitätswissenschaftler die zu den zehn Prozent der Ausnahmewissenschaftler gehören den positiven Ausnahmen ja die vorteilbringenden Irrtümer der Polizeisparte sozusagen die sind auch deutlich die die habe ich ja schon genannt nämlich dieses mehr mehr Personal mehr Polizisten mehr Polizisten überall wird geredet von mehr Polizisten so ja ja und dann wird wird immer mehr gesagt dass man also irgendwie für Migranten ein vorgezogenes Wahlrecht in den Ländern schaffen will oder so das ist auch wieder ein vorteilbringender Irrtum der Migrationssparten denn dadurch dass sich die Migranten dann hier sozusagen noch mehr Einflussmöglichkeiten haben gibt es natürlich dann auch hat das eine Sogwirkung auf den Rest der Welt weil der im Rest der Welt spricht sich um wenn du nach Deutschland kommst du kriegst sogar ein vorgezogenes Wahlrecht und so weiter und kannst das ganze Land in deinem Sinne umgestalten das ist attraktiv und dann haben die Migrationssparten natürlich wieder viel Kundschaft weil sie ja Karriere machen je mehr Migrationspersonen es gibt desto mehr Fälle haben sie und desto mehr können sie Karriere machen ja aber das war es jetzt endlich mit dieser das war heute eine oh zwei Stunden 20 das war ja eine ausgedehnte Universitätsvorlesung heute tut mir leid aber ging halt nicht kürzer jetzt mache ich noch den Ausstieg aus der aus der Talkshow hier die Präsentation beenden jetzt würden sie die ganzen Talkshow Teilnehmer sehen winke 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 und dann raus aus der Talkshow Besprechung verlassen ja jetzt sind wir wieder da und tschüssi bis bald mh good mh mh mh